Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Schön, dass Sie da sind an diesem etwas sonnigen Sonnabend. Da könnte man sich möglicherweise auch woanders aufhalten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hierher zu dieser, ich gehe davon aus, sehr spannenden Diskussion gekommen sind. Das Neue Deutschland hat heute, das ist jetzt also nicht der Werbeblock, das Neue Deutschland hat erinnert heute in einem Beitrag an die Gründung des Club of Rom vor 50 Jahren. Wir können uns alle erinnern. Das liegt im Übrigen unten aus. Ich empfehle allerdings in jedem Falle das Abo. Das war jetzt wirklich der Werbeblock. Also 50 Jahre nach der Gründung des Club of Rom mit dem Buch Die Grenzen des Wachstums, das 1972 erschienen ist, ist tatsächlich eine weltweite Diskussion angeschoben worden über das Verhältnis von Wirtschaft und Umwelt. Kann es so weitergehen mit der Wirtschaft, mit der Wirtschaftsentwicklung? Wie notwendig ist es tatsächlich, ernsthaft etwas zu tun zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen? Und dieses Buch hat mit der Debatte, die es darum gegeben hat, tatsächlich dazu beigetragen, dass die Umweltbewegung entstanden ist und damit auch die Partei, die Grünen. Ne, Barbara? Ja, das ist 50 Jahre her und ich glaube, man kann sich heute schon fragen, was ist eigentlich seitdem passiert? Oder eher, warum ist eigentlich so wenig passiert? Dem Wachstumsfetischismus wird weiter gehuldigt, wie auch vor 50 Jahren. Die Schadstoffemissionen steigen. Es gab in Deutschland in den 90er Jahren eine kurze Absenkung der Schadstoffemissionen. Das allerdings war verbunden mit der Deindustrialisierung des Ostens. In den letzten Jahren stiegen die Schadstoffe weiter an. Selbst der ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer hat vor kurzem ein Interview gesagt, wir sind mit unserer Klimapolitik komplett an die Wand gefahren. Und wie hier dann meint die Bundesregierung, meint Deutschland. Wenn man jetzt in Betracht zieht, dass es heute ganz andere Möglichkeiten der Simulation gibt für Klimaveränderungen in der Zukunft, Auswirkungen des Schadstoffanstiegs, der Erderwärmung und so weiter, dann bietet sich ein erschreckendes Bild tatsächlich unserer Erde in den nächsten 50 oder 100 Jahren. Und das ist gar nicht so eine lange Zeit. Wir drei, die wir heute auf dem Podium sind, arbeiten gemeinsam schon sehr lange an diesem Thema. Und ich freue mich heute gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden der Heinrich-Böll-Stiftung, mit Barbara Unmüßig, diese Veranstaltung zu moderieren. Barbara, sei uns ganz herzlich willkommen hier. Und natürlich freue ich mich besonders auf unseren Gast, Herrn Professor Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und jetzt müssten noch andere Funktionen kommen, auf die verzichte ich jetzt gerne. Wir kennen uns nämlich schon sehr lange, auch aus Potsdam seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Wir hatten Sie gebeten, mit einem kurzen Input tatsächlich sozusagen mal die aktuelle Situation zu beschreiben, um die Zahlen zu benennen. Wir würden dann anschließend in eine Diskussion einsteigen. Und Sie brauchen keine Sorge haben, Sie werden ausreichend auch Gelegenheit haben, selber in diese Diskussion mit einzusteigen. Also ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie da sind. Und ich gebe das Wort jetzt an Herrn Professor Schellenhuber. Ja, Frau Enklemann, vielen Dank. Frau Unmüssig, eine interessante Konstellation hier, diese beiden Stiftungen, aber hier sozusagen die Gastgeberin ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und an einem ungewöhnlichen Tag und Zeitpunkt, weil in der Tat ich mich wundere, dass hier überhaupt jemand hier gefunden hat, heute am Samstag 10 Uhr. Aber das ist sehr schön und ich glaube, es ist auch sehr gut, dass hier gemeinsam zwischen den Linken und den Grünen diskutiert wird oder von den Stiftungen diese Diskussion in Gang gebracht wird. Kurze Anmerkung, wir werden es später noch vertiefen. Wir haben ja in Brandenburg eine ziemlich ungewöhnliche Situation, dass dort SPD und Linke zusammen sich als die letzten Verteidiger der Braunkohleförderung gerieren und damit nicht nur ganz wenige Arbeitsplätze erhalten, sondern wahrscheinlich das Schaffen von 100.000 besseren Arbeitsplätzen verhindern. Ich sage das so deutlich. Und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn auch die innerparteiliche Diskussion vorangebracht wird. Das gilt auch für die Grünen sicherlich. Ich bin weder Mitglied der einen noch der anderen Partei. Ich bin Mitglied keiner Partei, aber ich habe Sympathien für die eine oder andere Partei. Vor allem habe ich keine Sympathien für gewisse Parteien, aber das können wir auch noch sprechen. So, ja, zu dem Vorschlag. Wir wollen versuchen, dass es funktioniert. Wir haben uns schon in der Technik abgesprochen. Sie müssen jetzt einfach nur den Start, also die erste Folie bringen. Und dann kann ich beginnen. Ja, und jetzt gehen wir noch auf Fullscreen. Irgendwo. Ne, das ist es nicht. Sie müssen da unten. So, genau. Und jetzt könnte es funktionieren. Sie sind wahrscheinlich der Meinung, dass Sie eigentlich schon alles wissen über die Umweltproblematik. Und man hört das jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und wie Sie zu Recht sagten, Herr Enkelmann, also Klaus Töpfer ist auch schon ewig im Geschäft. Wir denken, wir wissen alles und eigentlich ist es ein sterbenslangweiliges Thema. Und jetzt sollte man doch lieber wieder reden über die Wiedervereinigung von Nordkorea und Südkorea. Und das ist auch spannend, keine Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass wir den Planeten im Augenblick vor die Wand fahren. Und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Und das kann man in drastischen Worten schildern. Ich bin Physiker. Ich will Ihnen einfach versuchen, die Fakten nochmal zusammenzuführen. Und die sprechen eine überdeutliche Sprache. Und wir können bei jeder Zeit dann auch vertiefen. Ich habe diesen Titel gewählt, weil das der Titel Selbstverbrennung, die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klimamensch und Kohlenstoff, das der Titel eines Buches ist, das ich vor zwei, drei Jahren veröffentlicht habe. Und dieses Buch ist nicht nur die Geschichte der Klimaforschung und die Darstellung der Problematik heute, sondern es hat starke autobiografische Züge. Das heißt, wenn Sie das Buch lesen würden, würden Sie auch erfahren, wie jemandem zumute ist, der sozusagen 20 Jahre lang sagt, dass wir direkt auf den Abgrund zusteuern, aber keiner will zuhören. Und stattdessen setzen wir uns mit Strafzöllen für Aluminium und Stahl auseinander, was vielleicht auch interessant ist. Ja, und also dieses Buch ist dann in gewisser Weise auch sowas wie ein Lebenswerk. Und ich habe es gewählt jetzt, um über die großen Problemfelder zu reden, vor denen wir jetzt im Augenblick stehen. Und verkürzt ausgedrückt sind es diese drei Dinge hier, nämlich die wachsende Ungleichheit, soziale, kulturelle, ökonomische Ungleichheit auf der Welt, über den Planeten hinweg, innerhalb der Gesellschaften. Man könnte das als Disintegration des gesellschaftlichen Gewebes bezeichnen. Und das hat viele, viele Gründe. Das Zweite, die digitale Revolution. Wir beschäftigen uns jetzt gerade für die Bundesregierung in einem Gutachten damit. Und was da auf uns zukommt, das verstehen die Allerwenigsten, aber es wird alles verändern. Und es wird zum Beispiel die Ungleichheit noch vertiefen, massiv vertiefen, wenn nicht es gelingt, das demokratisch zu gestalten, sozial zu gestalten, wie auch immer. Und das Dritte, wo wir mittendrin sind, der Klimawandel. Das steht natürlich nur generell für die gesamten Umweltveränderungen, für den Ressourcenverbrauch, wie auch immer. Aber wenn wir den Klimawandel nicht stoppen auf einem noch beherrschbaren Niveau, dann brauchen wir uns über Biodiversität und andere Dinge gar keine Gedanken mehr machen. So ist es eben. First things first, würde man im Englischen sagen. Wenn wir also dieses Problem nicht lösen, dann müssen wir uns über andere Dinge nicht mehr viel Gedanken machen. Und darum geht es darum heute auch. Und zur Ungleichheit, Sie kennen die verschiedenen Zahlen jedes Mal, wenn in Davos diese selbsternannte Elite tagt. Ich war auch schon dort und ich fand das sterbenslangweilig. Aber die Leute dort halten sich für extrem bedeutend. Und da kommen dann auch immer die Zahlen raus von Oxfam oder irgendwas. 60 Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit oder jetzt nur noch acht und wie auch immer. Aber was die Zahl genau ist, ist gar nicht so wichtig. Es ist möglicherweise an zwei Händen abzuzählen. Und es zeigt einfach die groteske Konzentration von Macht und Wohlstand innerhalb ganz weniger Hände. Und dass das auf die Dauer selbst für die Ökonomen bedrohlich wirkt, weil das das Wirtschaftswachstum abwürgen könnte, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Dann haben wir natürlich diesen Super-Mega-Trend der Digitalisierung. Industrie 4.0, dass also Menschen durch Robot ersetzt werden, das ist noch das geringere Problem in diesem Zusammenhang. Inzwischen wird längst experimentiert, künstliche Intelligenzen zu schaffen, die möglicherweise irgendwann der Menschen auch ersetzen können. Homo Deus, Homo Digitalis, wie immer wir das nennen wollen. Manches davon ist wahrscheinlich schierer Blödsinn und Science Fiction. Aber manches davon könnte wahr werden. Ich habe selbst in den 1970er Jahren als junger Physiker über neuronale Netze nachgedacht und hätte nie gedacht, dass das die Grundlage für die künstliche Intelligenz werden würde. Es war damals eine Spielerei von Festkörperphysikern, aber inzwischen ist der Geist aus der Flasche. Und überhaupt nachzukommen, nachzueilen der Entwicklung ist extrem schwierig, selbst für jemanden wie mich, der Mathematik und Physik und Kybernetik studiert hat. Also da ist eine riesige Wolke am Horizont. Und dann natürlich, das muss ich sehen, ja genau, also hier beschrieben die Klimaproblematik und da will ich eben versuchen, Sie erstmal mit diesem Film, den wir jetzt hoffentlich zum Laufen kriegen, Sie versuchen es, also was dieser Film aussagen soll, Frau Enkelmann hat ihn schon gesehen, in Essen denke ich, aber es ist wirklich eine eindrucksvolle Geschichte. Wir gehen jetzt mal rein und vorhin hat es sogar funktioniert. Ja, wunderbar. Das ist deswegen so wichtig, weil die Geschichte der industriellen Revolution und das heißt die Geschichte der Moderne, was unter anderem die Arbeiterbewegung hervorgebracht hat und Karl Marx Kapital und all diese Dinge, das ist eine Geschichte des Kohlenstoffes, der Nutzung des Kohlenstoffes. Und es begann in England um 1750 herum. Was Sie hier sehen, ist Pixel für Pixel seit 1751 die Emissionen von CO2, die natürlich im Wesentlichen am Anfang aus der Kohle kommen. Und Sie sehen, England ist allen voraus, Birmingham, the Black Country und so weiter. Das zweite Land, das dann erscheint, ist Deutschland, dann kommt Polen. Wenn Sie also fragen, warum die Polen so obsessiv sind mit der Kohle, sie waren die Vorreiter in Zentraleuropa, was die Kohlenutzung angeht. Ganz wichtig, hier unten haben wir eine Farbskala, das ist eine logarithmische Skala. Jedes Mal, wenn die Farbe sich ändert, verzehnfacht sich die Emission aus diesem Pixel. 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Also wir gehen hier in 10, 10er Schritten voran. Und jetzt schauen Sie einfach, wie sich die industrielle Revolution ausbreitet. Im Wesentlichen getrieben von der Textilindustrie, die in der industriellen Revolution mit 6% pro Jahr wächst, während das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in der industriellen Revolution war 1,6%. Das ist nichts, wenn Sie vergleichen, was jetzt in China geschieht oder Indien. Und Sie sehen also die Ausbreitung, weil das Entscheidende ist, dass die zweite Kohlenstoffmacht auf der Welt Deutschland ist. Das ist jetzt die sogenannte Gründerzeit, das Aufholen Deutschlands, was versucht, Großbritannien den Rang streitig zu machen. Und tatsächlich ist Deutschland die führende Wissenschaftsnation und Techniknation. Und es führt zu einer dramatischen Konkurrenzhaltung. Wenn Sie also fragen, warum der erste Weltkrieg geschah, dann ist es nicht das Attentat von Sarajevo oder solche Sachen. Es ist die Kohlenstoffkonkurrenz zwischen diesen zwei führenden Industriemächten. Wir sind jetzt mittendrin im Ersten Weltkrieg, der das aber nicht auflöst wirklich. Sie sehen, Deutschland bleibt weiter rot, wird noch röter. Jetzt kommt Hitler an die Macht 1933. Es wird militärisch aufgerüstet. Es wird noch mehr Kohlenstoff verwendet. Und jetzt sind wir dann gleich im Zweiten Weltkrieg. Sie sehen übrigens, dass Japan inzwischen sich rot eingefärbt hat und damit eben Teilhaber und Teilnehmer im Zweiten Weltkrieg war. So, und jetzt ändert sich alles, und zwar nicht mehr durch die Kohle, sondern die Alliierten gelangen in Kontrolle des billigen Öls im Mittleren Osten. Und das Öl ist unglaublich billig. 10 Cent, das Barrel war das damals. Und damit beginnt das Zeitalter der Globalisierung. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, billige Waren in China zu produzieren, wenn sie sie nicht nach San Francisco verschiffen können, für ein Appel und ein Ei letztendlich. Die Globalisierung sorgt jetzt dafür, dass sich hier überall die Kohlenstoffemissionen ausbreiten. Und jetzt kommt eben China, wenn Sie schauen, holt jetzt in zwei Jahrzehnten auf, was Europa zwei Jahrhunderte sozusagen benötigt hat dafür. Und das sind nämlich die kumulierten Emissionen, also gespeichert sozusagen über die Zeit. Und China ist also jetzt, auch was die historischen Emissionen angeht, auf dem selben Niveau wie Deutschland oder Großbritannien oder USA. So, das ist die Geschichte der Moderne, wenn Sie so wollen, ausgedrückt durch den industriellen Metabolismus. Also mal eine Alternative zum historischen Materialismus. Oder man könnte es auch innerhalb dieses Narrativs natürlich auch integrieren in diesem Fall. Das heißt, Geschichte nicht erzählt als Geschichte von Konferenzen und Schlachten und Intrigen und Attentaten, sondern als etwas, was direkt entsteht aus der materiellen Produktion. Die Landwirtschaft ist da übrigens auch mit beteiligt. So, und jetzt ist die Frage, wie soll es weitergehen auf diesem Planeten? Das klassische Entwicklungsparadigma der 60er, 70er Jahre heißt ja, alle müssen letztendlich sich gleich stark mit Kohlenstoff vollsaugen oder mit Öl. Das würde bedeuten, dass der Planet ganz rot wird, bis in den letzten Winkel. Dann wäre das klassische Entwicklungsparadigma erfüllt. Dann bräuchten wir allerdings wahrscheinlich zehn Planeten, um den Kohlenstoff in irgendeiner Weise zu verarbeiten. So, und dass das eine Wirkung hat, ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Jetzt müssen wir wieder in die Präsentation reingehen. Aber ich denke, wir schaffen das auch. Ja, genau, und jetzt noch groß. Wunderbar. Sie sehen also jetzt die Reaktion des Planeten auf diesen Kohlenstoffgehalt. Sie sehen also hier die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur, wo es in der Tat gewisse Fluktuationen gab. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg geht die Entwicklung nicht rasant weiter stagniert. Das hat höchstwahrscheinlich zu tun mit der massiven direkten Luftverschmutzung, also Schwefelpartikel und so weiter. Sauer Regen, Sie erinnern sich vielleicht, 70er Jahre, 80er Jahre. Das dämpft den Treibhauseffekt durch CO2. Aber seit 1970 geht es aufwärts, wie Sie sehen, rasant. Und biegt sich im Augenblick sogar nach oben. Das heißt, wir haben inzwischen eine Erderwärmung von 1,1 Grad gegenüber voll industriell. Mal schauen, wenn wir weitergehen. Tut mir leid mit dem... Ja. Ich glaube, das kann ich kurz machen. Letztes Jahr sind einige Menschen ein bisschen aufgewacht für die Umweltproblematik, weil eigentlich quasi jeder meteorologische Rekord gebrochen wurde. Unter anderem in Houston, das war der Hurricane Harvey, wo innerhalb von vier Tagen 1,2 Meter Niederschlag runterkamen. 1200 Millimeter in vier Tagen, nicht? Und dass dann die Innenstadt von Houston überschwemmt war, war kein Zufall mehr. Im Übrigen sind 90% des Stadtgebiets versiegelt, mit Asphalt, Parkplätzen, was auch immer. Das war schlicht die Apokalypse dann in diesem Fall. Und wir gehen mal weiter. Vielleicht zwei Phänomene, die nicht so erwartet werden, die uns selbst betreffen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass gegen Ende der Hurricane-Saison letztes Jahr Ophelia, dieser Hurricane, nicht den Weg nach Westen nahm, wie das normalerweise der Fall ist, im Westwindgürtel, sondern nach Osten, also Richtung iberische Halbinsel zutrete. Der Sturm bewegte sich dann nach Irland. Es gab einige Todesopfer. Es war aber nur noch ein Sturm, kein Hurricane. Aber das Interessante ist, ein Hurricane ist ein massives Tiefdruckgebiet. Und Tiefdruckgebiete drehen sich im Gegenuhrzeigersinn. Das heißt, auf dem Weg nach Norden hat er die ganze warme Luft aus der Sahara nach Europa geschaufelt. Kam dann zu diesen massiven Waldbränden nochmal auf die iberische Halbinsel. Das heißt, in Zukunft werden wir nicht notwendigerweise Hurricanes in Deutschland haben, aber wir könnten diese Wetterlagen haben, dass es dann im Oktober 40 Grad warm wird. Das ist einer der nicht-linearen Effekte des Klimawandels. Und ähnlich ist es so, einer unserer Mitarbeiter, Wladimir Petuchow, hat schon vor vielen Jahren vorausgesagt, dass wenn das Eis in der Arktis schmilzt, und das tut es dramatisch im Augenblick, dass sich dann die Druckverhältnisse in der Arktis verändern. Normalerweise haben sie ein Tiefdruckgebiet über dem Nordpol. Jetzt stellt sich aufgrund des schmelzenden Eises und der veränderten Strahlungsbedingungen ein Hochdruckgebiet oft ein. Und bei einem Hochdruckgebiet ist es genau andersrum. Das dreht sich im Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn dort über Skandinavien ein Hochdruckgebiet ist, dann schaufelt es die kalte Luft aus Sibirien zu uns herein. Das heißt, wenn Sie sich wundern, dass im März manchmal es minus 20 Grad in Deutschland hat, dann hat das genau damit zu tun, dass die Erderwärmung das Arktis-Eis schmerzen lässt. Und das sind Dinge, die nicht, das kann man nicht vorhersagen, wenn man auf seinem Balkon geht und das Wetter beobachtet. Ich meine, Sie können sich ja vorstellen, als Klimaforscher bin ich ja ständig der Konkurrenz von mindestens 40 Millionen Hobby-Metheologen ausgesetzt, die alles eigentlich besser erklären können. Die beliebteste Erklärung ist von unserem Gärtner zu Hause, der behauptet, dass sich die Sonne nicht mehr wie übt. Na, das schon noch. Aber er hat festgestellt von seinem Balkon aus, dass die Sonnenbahn sich verändert hat. Und das wäre wohl der Grund für die Veränderungen. Und es ist schwer, dagegen anzukommen, gegen so ein Argument. Nein, aber was ich damit sagen will, die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind eben einfach nicht nur, dass es überall und gleichmäßig wärmer wird, sondern sie können extrem disruptive Ereignisse bekommen. Unter anderem verändert sich eben die Wetter, die Großwettersituation in Europa. Hier sehen Sie übrigens, wie das Meereis schwindet. Das sind also nicht die großen Eisschilde, sondern einfach das Eis, das auf der Meeresoberfläche schwimmt. Das sind die globalen Werte Arktis und Antarktis zusammengerechnet. Und Sie sehen es wie so ein Garnknäuel. Für jedes Jahr oben 1978 und dann am Schluss 2018 haben Sie so eine Linie. Und Sie sehen, dieses Knäuel zerfällt jetzt im Augenblick. Das war lange Zeit ein dichtes Bündel, wo jedes Jahr eigentlich fast den selben Verlauf hatte. Und jetzt fällt es auseinander, gerade die letzten Jahre. Und das ist dramatisch, das ist so eine Art Kipppunkt sozusagen. Wenn es nämlich erstmal heruntergerutscht ist, dann wird es nicht mehr zurückkehren. Wir haben in Paris jetzt, ich war selbst mit dabei, Sie auch Frau Unmüßig, Sie auch Frau Enkelmann, genau. Und es war ja ein emotionaler Moment am Schluss, nicht? Man hat die Rettung der Welt gefeiert, weil man nämlich beschlossen hat, dass die Erderwärmung nicht mehr als zwei Grad betragen darf. Und ich sagte schon mal, man könnte genauso gut beschließen, dass Erdbeben der Stärke 8 auf der Richterskala verboten werden. Vom Bundestag oder wem auch immer. Ob sich dann die Geophysik dran hält, ist eine andere Frage. Und genau die Situation haben wir jetzt. Paris war wichtig. Der Symbolwert ist ungeheuer groß. Aber die allermeisten Politiker lehnen sich jetzt zurück und sagen, Problem gelöst. Wir haben ja Beschlüsse gefasst und jedes Land darf im Prinzip machen, was es will. Darf einen freiwilligen Beitrag leisten und das wird sich schon rechnen am Schluss. Es rechnet sich natürlich nicht. Warum zwei Grad? Das will ich kurz erläutern, wenn das funktioniert. Das ist immer ganz schwierig. Jetzt haben wir es. Also im Wesentlichen ist das diese Theorie der Kipp-Elemente. Ich habe das vor 20 Jahren etwa in die Debatte eingebracht. Im Wesentlichen soll es heißen, Erderwärmung bedeutet eben nicht gleichmäßige Veränderungen, an die wir uns anpassen können, sondern Sie müssen sich das Ökosystem der Erde vorstellen, ähnlich wie den menschlichen Körper, wo es Teile gibt, wenn Sie sich die Haut ritzen. Das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn die Lungen zum Beispiel betroffen wären, dann ist es lebensgefährlich. Das heißt, wir haben in diesem planetarischen System eine Reihe von lebenswichtigen Organen, wenn Sie so wollen. Sie sind ja aufgetragen, das sind die großen Ökosysteme, Amazonas, Regenwald, das sind die großen Zirkulationssysteme, die Monsunsysteme, der Jetstream, der Golfstrom. Und Sie haben die großen Eisschilde. Und die Erderwärmung wird einfach Folgendes machen, wenn Sie die Temperatur hochdrehen, ganz langsam, ganz kontinuierlich, dann wird eines der Organe nach dem anderen kippen, in einen neuen Zustand oder ganz verschwinden. So wie wenn jemand in einer Sauna eingeschlossen wäre und die Temperatur steigt und irgendwann kollabiert vielleicht die Niere oder die Lunge und dann das Herz und dann ist Exitus nicht. Und das ist genau das, was uns Klimaforscher im Augenblick umtreibt. Wir fragen, wenn die Temperatur steigt, 1,1 Grad haben wir schon, 2 Grad ist das Pariser Limit, vielleicht 3, 4, 8 Grad möglicherweise sogar. Wann kippen die einzelnen Systeme? Das ist die entscheidende Frage. Und das kann ich jetzt in der Weise versuchen zusammenzufassen. Ich gehe mal gleich weiter. Ja, vor kurzem, letzte Woche genau genommen, kamen zwei Publikationen heraus, eine vom Potsdam-Institut, eine von der britisch-amerikanischen Gruppe, die zeigen, dass das Golfstromsystem, das im Wesentlichen für die milden Verhältnisse in West- und Mitteleuropa verantwortlich ist, dass dieses System schon um 15% sich abgeschwächt hat durch die bisherige Erderwärmung. Und das zu erklären physikalisch ist wiederum nicht ganz einfach. Es hat mit dem Schmelzen des Grönlandeises zu tun. Aber die Prognose ist im Grunde genommen, dass bei ungebremster Erderwärmung dieses Förderband komplett abgeschaltet wird. Und das würde dann bedeuten, wenn Sie sich mal auf dem Globus anschauen, auf welchem breiten Grönland wir uns befinden, Berlin liegt auf der Höhe von Alaska. Das glaubt man nicht. Aber in Alaska ist es im Winter sehr viel kälter als bei uns. Und es hat genau damit zu tun, dass der Golfstrom von Westen nach Osten ungeheure Mengen von Wärme transportiert. In dem Moment, wo das abgeschaltet würde, würden wir uns auch in den Umweltverhältnissen an Alaska dann angleichen. Insofern kann es uns nicht egal sein. Und das kann man jetzt zusammenstellen. Muss man schauen. Er reagiert immer ein bisschen langsam. So, das ist jetzt die Grafik. Es gibt ja bei jedem Vortrag so einen Punkt, wo man dann die Botschaft mitgekriegt haben soll. Und der ist jetzt. Also, achten Sie drauf. Dann können Sie wieder wegdämmen. Na, oder auch nicht. Also, ich sehe eigentlich keine dämmerigen Gesichter hier im Raum. Aber das ist jetzt der entscheidende Punkt. Weil das ist eine Karte, die eigentlich jeder Politiker, ob er bei den Linken ist oder den Grünen oder CDU oder CSU, über die AfD rede ich lieber gar nicht. Weil ich glaube, da dringt man mit der wissenschaftlichen Wahrheit sowieso nicht durch. Aber jeder Politiker, der bei Sinnen ist, müsste diese Karte kennen. Und ich nehme deswegen ein, zwei Minuten, um es Ihnen zu erläutern. Zunächst einmal haben Sie hier die Zeitskala. Also, Null ist Christi Geburt in diesem Fall. 2.500 heißt im Jahre 2.500. Und hier minus 20.000, also zurück. Die letzte Eiszeit endete vor etwa 11.500 Jahren. Und unten diese Kurve, die ist die Rekonstruktion der globalen Mitteltemperatur. Und Sie sehen, auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, oder vielmehr Tiefpunkt, war diese Temperatur ungefähr 3 Grad niedriger als vorindustriell. 3 Grad macht den Unterschied aus zwischen einer Warmzeit und einer Eiszeit. Das heißt, zu der Zeit ragte der venuskandische Eisschild bis Berlin genau. Berlin war ungefähr die Grenze. Und die wunderbaren Seen in Brandenburg sind alles die Schmelzwasserpfützen von der letzten Eiszeit. Das ist übrigens auch für die oberbayerischen Seen gilt, Chiemsee und so weiter. Die CSU mag das nicht glauben. Die glauben, dafür ist Franz Josef Strauß verantwortlich. Aber es war die Eiszeit. Und Sie sehen dann, etwa vor 11.500 Jahren wird das Klima stabil, was die Voraussetzung unserer Zivilisation ist. Landwirtschaft zu erfinden, die Domestizierung von Ziegen oder von Wildkorn und dergleichen. Dafür brauchen Sie 20 bis 50 Generationen stabiler Umweltbedingungen. Nur im Holozen, wie wir das nennen, war das möglich. Das ist also der Beginn der menschlichen Zivilisation hier. Und Sie sehen, jetzt haben wir aber schon eine Erwärmung von einem Grad. Und rechts aufgetragen, das sind die verschiedenen plausiblen Szenarien, wie es weitergehen könnte. Das grüne Szenario, die technische Bezeichnung ist jetzt irrelevant. Wenn alles, alles gut geht und wir gewissermaßen die Wirtschaft ergrünen innerhalb von 15 Jahren oder so, dann würde die Erderwärmung tatsächlich bei 1,5 Grad gestoppt werden. Aber wir befinden uns im Augenblick auf dem roten Ast. Also RCP 8.5 heißt der Business of Social. Und da würde uns jetzt, wenn Sie rüberschauen, hier ist ja die Temperatur aufgetragen im Jahr 2500 auf 8 Grad Erwärmung führen. Also Verachtfachung dessen, was jetzt schon passiert ist. Und das ist die mittlere Prognose der Wissenschaft. Das ist jetzt nicht irgendein alarmistisches Außenseiter-Szenario. Das ist die mittlere Erwartung. Das muss nicht eintreten, aber das ist der Pfad, auf dem wir uns befinden. Dann haben Sie den Pariser Korridor, 1,5 bis 2 Grad, das ist dieser graue Querbalken. Fehlerbalken. Und dann sind aufgetragen mit Fehlerbalken, weil manche Prozesse, wir können nicht genau sagen, wo das Kippen passiert, aber das werden wir in den nächsten 10 Jahren deutlich verengen können. Das ist aufgetragen, wo denn jetzt einer dieser Großunfälle passiert. Der indische Monsoon ins Stottern kommt, der Golfstrom abgeschwächt wird, die großen Korallenriffe verschwinden. Und da sehen Sie, dass Sie zwei Gruppen haben. Links, diese Box, das sind die, deren Fehlerbalken quer liegen zum Pariser Korridor. Das soll heißen, selbst wenn Paris umgesetzt wird, kann dieser Großunfall eintreten. Und das ist eine traurige Geschichte, weil da gehören zum Beispiel die tropischen Korallenriffe dazu. Wir sind relativ überzeugt davon, dass bei zwei Grad Erwärmung 90 Prozent aller Korallenriffe absterben würden. Und dort findet ein Drittel der Marinenproduktivität des ganzen Globuses statt. Also, welche Einzelschicksale betroffen werden, darüber wollen wir gar nicht reden. Am ehesten könnte man noch vertragen, dass der Tauchtourismus dann zurückgeht. Aber viele Bevölkerungen hängen davon ab. Und da ist eben die traurige Wahrheit, dass wir eigentlich 30 Jahre zu spät kommen. bei 1 Grad Erwärmung wäre das Ganze noch zu verkraften wahrscheinlich. Selbst wenn Paris komplett umgesetzt wird, werden wir wahrscheinlich diesen Teil des Menschheitserbes verlieren. Und dann sind im anderen Westantarktischer Eisschild, das ist dieses WAIS, dann Grönland und so weiter. Und da ist noch nicht klar, ob wir gerade noch die Erderwärmung stoppen können, bevor dieses Kippen passiert. Mit ganz viel Glück wird es nicht geschehen, aber es könnte auch schon sein, dass wir hier zu spät kommen. Aber dann kommt noch dieser ganze andere Bereich, Ostantarktischer Eisschild und so, wo der Pariser Korridor tatsächlich wie eine Brandmauer sozusagen schützen würde. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, das umzusetzen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber wir können inzwischen nicht mehr ausschließen, dass wir alle Großunfälle vermeiden. Und das ist das wirklich Traurige, weil 1990 kam der erste Bericht des IPCC, des Klimarates heraus, wo das alles im Grunde genommen schon angelegt war. Da wäre es noch möglich gewesen, sozusagen im sicheren Bereich zu steuern, das Ganze. Aber umso mehr müssen wir uns jetzt anstrengen und ich will das dann, wir haben dazu im Grunde genommen sowas wie eine Roadmap entwickelt, das verkürzten in Science veröffentlicht. Ja, das ist jetzt die Herausforderung, nämlich, hier haben Sie die globalen Emissionen aufgetragen von 1950 an, das sind 9 Milliarden Tonnen CO2 und dann sehen Sie, wie die Kurve steigt bis heute. So, und unter normalen Umständen würde die nach oben weiter weggehen, aber um Paris umzusetzen, müssten wir jetzt dieser dicken Kurve folgen, die Sie rechts sehen. Also sozusagen Maximum der Emissionen um 2020 spätestens und dann steil nach unten und Dekarbonisierung komplett der Weltwirtschaft bis 2050, besser bis 2040. Das ist jetzt die Ansage. Und man kann jetzt nationale Politik an dieser Messlatte an Mai und wenn dann eben Aussagen gemacht werden wie, ja die Braunkohle, die werden wir noch viele, viele Jahrzehnte brauchen, dann bedeutet das schlichtweg, mir ist das Pariser Abkommen schnurzegal letztendlich, wegen vielleicht 8000 Arbeitsplätzen, die es in der Lausitz noch gibt. Das ist die absurde Situation. Auf diesem Weg würden wir einige interessante Dinge tun, wir würden nämlich die Moderne neu erfinden, wir würden aus der Kohleverstromung komplett aussteigen, was absolut möglich wäre, wir würden den Verbrennungsmotor endlich auf den Müllhaufen der Geschichte werfen, ich bin ja Physiker, es ist die ineffizienteste Form, sich vorwärts zu bewegen, also 20% der Primärenergie geht in den Vortrieb der Räder, beim Elektromotor sind es 95% und der wurde schon 1861 von Siemens erfunden und wir haben ihn immer noch nicht umgesetzt, das ist eine völlig verrückte Situation und so weiter. Übrigens ganz interessant auch, zwischen 2030 und 40 müssten wir von der Bauweise, wie auch dieses Gebäude hier entstanden ist, mit Stahlbeton auf Holz Bauweise übergehen. Holz ist das beste Material von allen und es speichert Kohlenstoff. Und das Paradoxe ist, dass durch den Treibhauseffekt und die CO2-Düngung in der Atmosphäre auch so viel Holz mehr wächst als früher, dass wir das sozusagen wieder zurückholen könnten und in Gebäuden lagern. Also zurück zum Fachwerkbau. Nein, in Wirklichkeit kann man heute mit modernen Techniken aus Holz Gebäude bauen, die 20 Stockwerke haben und in Tokio soll jetzt ein 120 Stockwerk Holz Wolkenkratzer entstehen. Nur damit Sie die Größenordnung sehen. So, jetzt gehen wir mal weiter, wenn es gelingt. Muss ich mal hier ganz viel drücken. Das überspringe ich mal, wenn es mir gelingt, natürlich nur. Warten Sie. Scheint die Batterie alle zu sein. Können Sie mal einfach eins, gehen Sie weiter, noch mal weiter, so, noch mal weiter. Ja, was ist zu tun? Also, wenn ich Ihnen das so erzähle, dann könnte man natürlich sagen, game over und wir sollten uns gar nicht mehr bemühen. Interessanterweise ist es aber so, dass gerade in den letzten 10, 12 Jahren ein ungeheurer technischer Fortschritt passiert ist, der gar nicht gewollt war im Sinne einer grünen Politik. Das waren eher, was ich subversive Innovationen nenne. Also Innovationen, die irgendwo am Rande der Gesellschaft implementiert werden und die von den Lobbyisten der großen Industrie einfach nicht ernst genommen werden. Weil sonst würde man denen ganz schnell den Garaus machen. Dazu gehört die Einspeiseverordnung, der Einspeisetarif in Deutschland, der letztendlich die Revolution der Photovoltaik weltweit hervorgebracht hat. Das hat sich niemand so vorgestellt. Aber es bedeutet, dass eben bei allen wichtigen Techniken, Windenergie, Photovoltaik, LEDs, Batteriekosten, ein absoluter Preisverfall passiert. Das heißt, wir könnten in der Tat in den nächsten 20 bis 30 Jahren die Weltwirtschaft komplett dekarbonisieren und wahrscheinlich zu negativen Kosten, das heißt, mit Gewinn für fast alle. Es ist tatsächlich möglich, das ist nicht Science Fiction. Aber jetzt zeige ich Ihnen mal die Prognose, die die wichtigste Instanz für die Politiker in Energiefragen darstellt, nämlich die International Energy Agency, IEA in Paris. Ich zeige Ihnen mal deren Prognose jetzt im Vergleich dazu. Das ist wahrscheinlich die dämlichste Grafik der Energiegeschichte. Aber schauen Sie es sich mal an. Das ist hier im Jahr 2000 der Zubau bei der Photovoltaik weltweit. Die schwarze Kurve ist der reale Zuwachs. Also nicht, was schon da ist, sondern was jedes Jahr zuwächst. Und Sie sehen, das geht massiv. 100 Gigawatt werden im Jahr inzwischen zugebaut. Und rechts sehen Sie die jeweiligen Prognosen der IEA. Das ist so was wie ein zerfletterter Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Mit anderen Worten, jedes Mal wächst ein horizontaler Ast heraus. Soll heißen, es gibt nicht Zuwachs sozusagen beim Zubau in diesem Fall. Und das ist die Realität. Aber alle Regierungen der Welt beziehen sich auf die IEA, wenn es um die Energieprognosen geht. Das ist die völlig verrückte Situation. Das heißt, das sind keine Lügen, das sind einfach nur falsche Prognosen, geboren aus Propaganda letztendlich. Und das ist das Verrückte. Wir spielen mit der Zukunft dieses Planeten und damit mit der Zukunft unserer Zivilisation. Wir stützen uns auf die schlechtestmöglichen Daten. Das ist die Situation. Ja, ich komme zum Ende dann. Wenn die Technik es erlaubt, drücken Sie mal weiter. Die deutschen Klimaziele überspringe ich jetzt lieber, damit uns nicht schwarz vor Augen wird. Ich will noch weiter, noch weiter, genau. Ich will jetzt Folgendes noch sagen. Wenn wir die Erderwärmung bei 2 Grad stoppen, meiner Ansicht nach technisch absolut möglich und mit Vorteilen für die allermeisten, bis auf vielleicht einige CEOs von großen Ölkonzernen. Übrigens als Dividende würden wir 6 Millionen Todesopfer pro Jahr, die durch die direkten Folgen der Luftverschmutzung erzeugt werden, einsparen. 6 Millionen. Das ist allein sozusagen der Blutzoll, den die Fossilen ohne Klimawandel schon produzieren. 6 Millionen, das muss man sich vorstellen. Ich denke, das ist möglich, technisch und ökonomisch auch sinnvoll, aber 2 Grad bedeutet, dass wir trotzdem eine andere Welt haben, einen Planeten haben, wo wahrscheinlich hunderte Millionen Menschen ihre Heimat verlieren werden. Gerade diese Woche kam eine Arbeit raus, die zeigt, dass eigentlich fast alle flachen Atollinseln verschwinden werden, selbst wenn das Pariser Abkommen umgesetzt wird. Das heißt, es werden ganze Staatsgebiete ausgelöscht und die Frage ist natürlich, was geschieht mit jemandem, der plötzlich ohne Staatsgebiet dasteht. Es gab einmal eine ähnliche Situation, das war in den 1920er, 1930er Jahren, als viele Russen sozusagen die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde damals und dann ein Dokument eingerichtet wurde, mit dem man sozusagen trotzdem reisen konnte auf dem Planeten. Und der Vorschlag, den ich im Augenblick einbringe in die Debatte als Anpassungsmaßnahme, wenn Sie so wollen, wir brauchen ja sowas wie eine gesteuerte Immigration und eine gesteuerte Migration und das interessanteste Element ist dieses hier. Also mein Vorschlag ist der folgende, wenn Tuvalu untergeht und die Malediven und so weiter, dann verschwindet völkerrechtlich das Staatsgebiet und damit ist ein Pass von den Malediven nicht mehr viel wert. Und die Frage ist, könnten wir das nicht ersetzen durch einen Klimapass oder Planetenpass? Das nämlich diejenigen, die dieses Staatsgebiet verloren haben, Einreiseberechtigung und Arbeitsberechtigung in allen Ländern haben, die diesen Untergang heraufbeschworen haben. Und das sind fast alle Länder dieser Welt. Und das wäre im Gefolge dessen, jetzt machen Sie mal noch eins weiter, eins weiter bitte noch, ja, kennen Sie diesen Herrn? Das ist Friedhoff Nansen, berühmter Polarforscher, später mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, der den sogenannten Nansen-Pass eingeführt hat. Er war Hochkommissar für Flüchtlingsfragen für den Völkerbund und dieser Pass hat diejenigen, die mit dem Dokument ausgestattet waren, die Einreise und Arbeitsberechtigung gegeben in 50 Ländern, haben das anerkannt und es waren so berühmte Leute wie Stravinsky und andere große Künstler und Wissenschaftler, die als Nansen Passträger dann durch die Welt zogen und der Vorschlag ist der, einen Klimapass einzuführen. Jedes Land, das mehr als zwei Prozent, das wäre mein Vorschlag, an den kumulativen Emissionen beteiligt ist, muss diesen Pass aushändigen und Zutritt gewähren. Und ich bin sicher, dass Donald Trump begeistert ist von diesem Vorschlag. zum Beispiel. Übrigens zu Friedhoff Nansen Deutschland wäre auch. Ich sollte vielleicht noch sagen, zu Friedhoff Nansen ist eine wirklich hochinteressante Figur, wie gesagt, Polarforscher, er war auch norwegischer Langlaufmeister und die Geschichte geht so, dass er so viele Freundinnen hatte, dass er sich ganz schnell hin und her bewegen musste, auch im Winter und deswegen war er ein exzellenter Skiläufer und das war die Voraussetzung für seine Polarexpeditionen. Aber ich kann mich nicht verbürgen für die Richtigkeit dieser Aussage, hat mir Ante Boetius vom Alfred Wigner Institut erzählt die Geschichte. So, und ich ende jetzt, diesen Herrn überschlag ich mal, ich weiß nicht, wie gern der hier gesehen ist, in diesen Räumen, es ist aber in der Tat so, es ist vielleicht interessant, ich war ja beteiligt an der Enzyklika Laudato Si und das ist die Versammlung der Päpstlichen Akademie. Sie sehen rechts Stephen Hawking, der Mitglied war, vor kurzem gestorben ist und ein leidenschaftlicher Klimaschützer auch, ein großartiger Mensch, ich habe ihn vor 40 Jahren kennengelernt, wo er auch schon im Rollstuhl saß und Sie haben Papst Franziskus in der Mitte. Die verrückte Situation ist die, dass die konservativste Institution der Weltgeschichte, nämlich die katholische Kirche inzwischen an der Spitze steht, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht. Letztes Bild, wenn Sie mir das noch übernächstes, ja, ich habe ja das Privileg in Potsdam in dem Büro zu sitzen, wo Einscheinungsvergleichungen zum ersten Mal gelöst worden und an der Tür meines Büros hängt dieser, einer der letzten, sozusagen, eines der letzten Zitate von Albert Einstein und ich glaube, das ist sozusagen der Wahlspruch, der für uns alle Einzelne im Einzelnen gilt, nämlich The world will not be destroyed by those who do evil, da können Sie Ihre persönlichen Favoriten einsetzen jetzt, but by those who watch them without doing anything, so let's do something. Dankeschön. Mir geht es auch sehr oft so, muss ich sagen, dass ich zwar auch erschüttert bin darüber, mit welcher Form von Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Angriffe auf Demokratie und Menschenrechte wir erleben. Ich finde, dagegen muss man auch tatsächlich politisch sich engagieren und aufstehen, aber das kann nicht sein und das teile ich auch, Herr Schellenhuber, was Sie sagen, dass es nicht dazu führen kann, dass wir eigentlich die Tatsache, dass wir den Planeten schrotten, verbrennen, es gibt ja auch noch massive Ressourcenknappheiten und so weiter, das macht mich sehr, sehr traurig. Ich würde gerne hier noch, wenn Sie Frithjof Nansen erwähnen, gerne noch Humboldt erwähnen. Wir werden nächstes Jahr 250 Jahre Humboldt feiern können und es gibt eine wunderbare Biografie über ihn, die Erfindung der Natur von Frau Wulff und da ist für mich auch noch mal wunderbar beschrieben, wie einerseits verstanden wurde, wie die Ökosysteme, die Organe dieses Planeten zusammenhängen und wie das begriffen wurde. Vor über 200 Jahren hat ein Mensch wie Humboldt begriffen, dass wir ein Netz des Lebens haben, global, und diese Systeme zusammenhängen. Das Mikro darf nicht an den Körper sein. Okay. Meine. Dass man alles aufpassen muss. Ich sage jetzt ganz kurz, was wir machen, weil das haben wir verabredet, dass wir ein bisschen schildern. Was wir gemacht haben in der Heinrich-Böll-Stiftung ist erstmal unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufklären und schulen. Wir haben einen Strategieprozess gemacht, einen Wissensvermittlungsprozess in der eigenen Organisation, weil ich kann ja nicht voraussetzen, dass meine Büroleitung in Brasilien oder in China auch schon eine Klimaexpertin ist. Das sind Sie. Aber wir mussten ja einen Weg finden, wie wir das Wissen zu unseren Leuten bringen und dann auch strategisch für uns klären, was wir machen. Also die eigenen Leute fit machen, dafür, dass sie Botschafterinnen sein können, dafür, dass sie die Aufklärungsarbeit, weil die wir machen wollen und müssen auch machen können. Aufklärung, Wissensvermittlung, das ist eine Kernaufgabe der politischen Stiftungen. Wir sind ja politische Bildner, weshalb wir natürlich, ein paar liegen auch da, eine ganze Flut von Informationen, Filmen, Porträts, Dokumenten, wir arbeiten mit literarischen Mitteln, mit dokumentarischen Mitteln, eben eine ganze Menge in diese Aufklärung investieren. Wir klären, weil das geht ja auch hier um Gerechtigkeit, wir klären vor allem auch darüber auf, was unser Wirtschafts- und Konsummodell für Ungerechtigkeiten produziert und an Ungleichheiten produziert. Das sind ja der Gemeinsamen von Rosa Luxemburg und anderen und uns Agri-Food-Atlas, der Konzern-Atlas, der schildert, wie diese Machtkonzentration Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt, die uns genau in diese Acht-Grad-Welt führen werden, weil diese Lobby-Interessen und diese Machtinteressen am Fossilen festhalten oder da, wo sie nicht am Fossilen festhalten, zumindest die Machtkonzentration weiter befördern, die nicht in eine höhere Gleichheit münden wird. Der Fleisch-Atlas ist ein Beispiel sehr, sehr auf erfolgreicher Kampagne. Dieser Fleisch-Atlas, gibt es drei Editionen und einer liegt da, hat über 500.000 Auflage. Das hat eine Dimension von Breitenbildung, das kann ich hier sagen, auf die ich stolz bin, weil es einfach hilft, die Dimension des Fleischkonsums herunterzubrechen auf seine Wirkungen für Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung und Landwirtschaft ist ein zentraler Faktor bei der Generierung von Treibhausgasen und wir machen dabei auch noch die Böden kaputt, die biologische Vielfalt kaputt und so weiter. Ein zweiter wichtiges Element für unsere Stiftungsarbeit ist Alternativen aufzeigen. Natürlich können wir nicht nur aufklären und dann den Leuten nicht sagen, was sind denn bitteschön Optionen für die Zukunft, so wie sie das beim Potsdam-Institut machen, Szenarien aufzeigen, versuchen wir das auch. Das heißt, alle unsere Büros arbeiten, wo immer möglich, zum ganzen Thema erneuerbare Energien. Für mich ist klar, mit unseren Erfahrungen auf der Welt, wenn die erneuerbaren Energiekapazitäten aber nicht menschensrechtsorientiert und in soziale Gerechtigkeitskontexte eingebettet sind, nützt erneuerbare Energie zwar was für die CO2-Vermeidung, aber nichts gegen Ungerechtigkeit. Wir erleben in unglaublich vielen Ländern der Welt, dass Erneuerbare nicht dezentral eingesetzt werden, sondern als zentrale Energieversorgung. Die Menschen vor Ort müssen ihre Standorte für Wind oder Strom hergeben, werden vertrieben für große Solaranlagen, für große Windanlagen. Der Strom geht in die Industriezentren und in die Städte und die Leute vor Ort sind nicht nur vertrieben worden, sondern haben noch nicht mal Strom. Wir haben aber nach wie vor eine Welt von Energiearmut, wo zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu modernen Energiedienstleistungen haben. Das kommt ja noch dazu bei der Aufgabe, vor der wir stehen. und wir sind natürlich dabei zu investieren, wie könnte mit ökologischem Landbau sieben Milliarden oder acht Milliarden Menschen ernährt werden. Uns wird suggeriert, dass wir weiter agroindustriell Ernährung produzieren sollen, weil sonst kriegen wir acht oder neun Milliarden nicht ernährt. Das ist nicht wahr. So wie die internationale Energieagentur Energieszenarien predigt, predigen auch andere Institutionen, leider auch die UNFAO, also die Ernährungsorganisation, predigt, wir brauchen, wenn wir jetzt neun Milliarden ernähren wollen, bis 2050 diese Form der agroindustriellen Landwirtschaft. Und wir haben natürlich als Stiftungen den Auftrag, gegen Öffentlichkeit herzustellen, gegen diese Prognosen. oder wie haben Sie es gesagt, Modelle. Gut, ich bin gern bei Propaganda, aber wo wir permanent ja das Problem haben, auch als kleinere Akteure gegen diese Nachricht anzugehen. Letzter Punkt, natürlich investieren wir, und das ist unser Vorteil mit den Büros, in Netzwerkbildung. Wir brauchen gesellschaftliche Netzwerke, die diesen Machtkartellen was entgegensetzen, die sich für andere Entwicklungsmodelle einsetzen. Möchte ich nur mal, wir sind Teil der Kampagne Meine Landwirtschaft, die sich für eine andere Landwirtschaft einsetzt. Wir sind Teil der globalen Divestment-Kampagne. Raus aus Öl-Gas-Förderung. Wir organisieren in vielen Ländern der dritten Welt Anti-Fracking-Koalitionen. Eines der größten Fracking-Felder der Welt ist in Argentinien. Die machen sich auf den Sprung, diese Felder zu erschließen. Da helfen wir, dass vor Ort der Protest qualifiziert wird, dass er unterstützt wird, dass er Geld bekommt, dass er tragfähig im eigenen Land Widerstand organisiert. Also Netzwerk heißt nicht einfach la pour la, sondern auch wirklich Widerstand leisten gegen die weitere Blünderung des Planeten oder gegen diesen Verbrennung. Kurz und Kraus, das war es, was ich bringen wollte von der Stiftung. Ich glaube, wir wissen alle, dass diese Rapid Decarbonization starten muss. Meine Frage an Sie, Herr Schellenhuber, ist, dass wir ja, wenn wir dieses 1,5 bis 2-Grad-Szenario halten wollen und auch der globale Weltklimarat alles mit Szenarien rechnet, die davon ausgehen, dass wir es nur schaffen, wenn wir mit sogenannten Nettoemissionen unterwegs sind. Ich glaube, das muss man erklären. Also alles Szenarien, das können Sie ja besser als ich gleich, was ist eine Nettoemission? Das würde mich sehr interessieren, was Sie davon halten, weil wir damit ja auch neue Zielkonflikte schaffen. Und das Zweite ist, die Rechtfertigung fürs Nichtstun, für den schnellen Einstieg in die Dekarbonisierung machen wir immer mehr weitere Risikotechnologien wie Geoengineering, hoffähig. Wir begründen sie nachgerade damit, weil wir nicht umsteuern, brauchen wir dann neue Risikotechnologien. Da würde mich auch Ihre Position dazu sehr, sehr interessieren. Soll ich gleich? Das ist eine ganz wichtige Frage oder ist eigentlich eine Doppelfrage, die beiden Sachen gehören zusammen und ist leider die Art, wie ein wichtiger Diskurs entgleisen kann. Übrigens auch mit tätiger Unterstützung von Teilen der Wissenschaft. Das ist das Problematische dabei. Zunächst einmal ist es so, dass man eine Milchmädchenrechnung aufmachen kann und sagen, okay, die Emissionen, eben weil manche Menschen noch ans Stromnetz angeschlossen werden müssen und in Indonesien nun mal viele Kohlekraftwerke herumstehen, also wir können die Emissionen nicht so schnell auf Null bringen. Ich würde das bestreiten, aber man kann zunächst mal das Argument betrachten und erwägen. Und dann kommt eben die Argumentation, da müssen wir eben dem negative Emissionen entgegenstellen. Und am Schluss kommt halt netto möglicherweise bis 2040 oder 2050 Null heraus. Nun, negative Emissionen heißt, von dem, was wir in die Atmosphäre einbringen, wird eben ein Teil wieder entfernt. Die natürlichen Senken des Planeten tun das. Die Ozeane nehmen ein Viertel auf etwa, ein anderes Viertel die natürlichen Ökosysteme, die Wälder und dergleichen, die erleben von CO2 und das ist deren Grundnahrungsmittel zusammen mit Sonnenlicht. Und die Hälfte bleibt dann noch in der Atmosphäre und reichert sie an entsprechend. Und jetzt gibt es die wildesten Überlegungen, wie man solche negativen Emissionen auf planetarischer Skala inszenieren könnte. Zum Beispiel könnte man die Dolomiten kleinmalen, die bestehen ja aus Kalk und ins Meer schütten. und dann würde es ziemlich viel CO2 binden. Nee, ganz im Ernst, es gibt solche Überlegungen. Oder man könnte Olivin, das ist ja ein weitverbreitetes Material, kleinmalen und ausstreuen sozusagen und das würde dann die künstliche Verwitterung, würde also CO2 binden, schlussend würde es ganz ins Meer gespült werden und dergleichen. Also da gibt es die verrücktesten Überlegungen, der IPCC ist nicht ganz so verrückt, aber hat sich auf eine gefährliche Sache eingelassen, nämlich sogenannte BEX, also Bioenergie, wo man also aus Plantagen das Holz nimmt, verbrennt, aber dann mit CCS, also mit Kohlenstoffsequestrierung abscheidet, den Kohlenstoff, den dann irgendwie weiter nutzt und die Energie heute benutzt und dann am Schluss negative Emissionen erzeugt. Das ist ein riesiges Feld, ich glaube nicht daran, dass das in irgendeine sinnvolle Richtung führt, wir haben auch dazu am Potsdam-Institut die entsprechenden Rechnungen durchgeführt. Die einzige Alternative, die ich sehe ist, oder sagen wir so, es gibt zwei, man kann zeigen, dass man mit besserem Waldmanagement und besserem Management von Mooren, aber eben auch von bewirtschafteten Ökosystemen, ein Großteil der Emissionen vermeiden kann und man kann eben die Welt auch stärken, dass sie wieder mehr CO2 binden. Das Dümmste, was man tun kann von allen ist, dass wir gewissermaßen unsere besten Freunde, nämlich die natürlichen Senken, töten, während wir Emissionen weiter erhöhen. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Also wir nicht nur, dass wir diese Senken nicht stärken, wir schwächen sie sogar noch durch großflächige Abholz und dergleichen. Jedenfalls mit besserem Waldmanagement und landwirtschaftlichem Management könnte ein Großteil der Emissionen binden, das ist das eine. Da brauche ich gar kein Geoengineering dafür, keine verrückten Ideen. Das andere, eine Sache, die wir eben im Augenblick gerade durchspielen, ist, dass man quasi Beton und Stahl durch Holz widersetzt im globalen Bausektor. Natürlich nur Holz, das dann wieder nachwächst entsprechend. Und da sind wir gerade dabei, das durchzuspielen. Und es sieht so aus, als würde man möglicherweise ein Viertel der Emissionen auf die Weise binden können. Das würde bedeuten, zurückzugehen zu natürlichen Baumaterialien. Und das wäre eine große Wende. So, das andere, was noch viel verrückter ist, ist, weil über negative Emissionen kann man am wenigsten nur diskutieren, was noch viel verrückter ist, die Pläne, dass man, wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre schon so ist, wie er ist, dann können wir doch das Sonnenlicht abschatten, künstlich. Das heißt, ich könnte Schwefel künstlich in die Statosphäre bringen, da bleibt es dann auch für lange, lange Zeit, weil in der Statosphäre kein Wetter existiert in dem Sinn, so wie Vulkane, die also hohe Wolken dann von Schwefel ausstoßen. Und ja, dann schatte ich heute einen Teil der Sonne ab. Es gibt noch verrücktere Vorstellungen, dass man Spiegel ins All bringt, sogenannten Lagrange-Punkt zwischen Sonne und Erde, um dann eben einen Teil des Sonnenlichts zu reflektieren. Ja, und wenn man erstmal über sowas nachdenkt, dann hat man eigentlich schon abgewirtschaftet, würde ich sagen. Das sind verrückte Dinge, die man vielleicht physikalisch sogar realisieren könnte, die aber wahrscheinlich viel schlimmere Nebeneffekte haben, als was sie an Nutzen bringen. Und sie sind aber vor allem eins, sie sind eine Ausflucht dafür, nichts zu tun. Weil das ist das Schlimme mit all diesen Träumen, ob man das Climate Engineering oder GIA Engineering, wie auch immer, nennt. Es soll heißen, wir können bequem weiterwirtschaften wie bisher und irgendwelche verrückten Physiker erfinden uns dann den Klimawandel weg, weil in der Regel ist ja das Ansehen, das Wissenschaftler haben in der Gesellschaft nicht sehr groß, aber wenn die Not dann wirklich über uns kommt, dann kann man die, dann soll man die Clowns in die Manege schicken. Und das sind dann Physiker, Mathematiker, also Leute von meinem Schlag. So, und letzte Bemerkung dazu, die Mehrheit der Wissenschaft lehnt diese Vorstellungen ab, aber es gibt natürlich einen kleinen Prozentsatz, die übrigens von den großen Stiftungen, also nicht Heinrich Böll oder sondern Bill Gates und so weiter, direkt finanziell unterstützt werden. Das heißt, die Stiftungen, die wirklich Geld haben auf diesem Planeten, wo wir über 10 Milliarden sprechen oder mehr, die unterstützen genau diese End-of-the-pipe-Solutions. Und da finden sich dann kluge Leute in Harvard oder Stanford, wie auch immer, die da mitspielen. Das heißt, die Wissenschaft steht hier eigentlich vor einem neuen Sündenfall, so wie sie letztendlich den Sündenfall begangen hat mit dem Bau der Atombombe. Da schlummert etwas im Hintergrund, ja, was uns alle, was uns alle vernichten könnte. Ja, Herr Professor Schellenhuber, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, auch jetzt für die weiteren Erläuterungen dazu. Ich glaube, es ist schon wichtig, in dieser Debatte immer wieder auch tatsächlich einen wissenschaftlichen Bezug herzustellen, tatsächlich die Argumente auf einer wissenschaftlichen Ebene aufzubauen. Weil wir erleben viel zu oft, glaube ich, so einen ideologischen Diskurs, der einfach nicht weiterbringt. Barbara Unmüßig hat schon über die Arbeit der Böll-Stiftung gesprochen. Ich will das gar nicht ausdehnen, weil vieles von dem, was ihr macht, machen auch wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch wir arbeiten in vielen unserer Büros, zum Beispiel im Ausland, zum Thema Klima. Wir sind seit Paris, glaube ich, da war es das erste Mal, mit einer internationalen Delegation auf dem NGO-Forum vertreten. Wo wir tatsächlich uns austauschen, wo wir die konkreten Erfahrungen, die unsere Partnerinnen und Partner zum Beispiel haben, mit dem Klimawandel vermitteln. Weil ich glaube, diese Form der Aufklärung, also des ganz Konkreten, ist notwendig. Und vor allen Dingen kommt es uns natürlich auch an, auf die Frage der sozialen Folgen, des Klimawandels. Sie hatten das schon beschrieben. Und ich kann mich gut erinnern, in Paris zum Beispiel gab es so eine Simulation im NGO-Forum, so eine Riesentafel, so eine Riesenkarte. Und die hat mal dargestellt, was passiert mit Orten, wenn also die Erderwärmung um zwei Grad, um drei Grad und so weiter. Wie viele Orte da tatsächlich und sind dann eben nicht nur Inseln, wie viele Orte von der Weltkarte verschwinden. Und ich denke, das muss man sich vorhalten. Und Sie haben ja deutlich gemacht, tatsächlich, wohin, in welche Richtung wir uns entwickeln. Nun kann man über vieles, du hattest jetzt auch gerade nachgefragt, was so technisch möglich ist. Da kann man, glaube ich, über vieles nachdenken. Mich treibt eher die Frage um, sozusagen, was kann man heute tun? Dekarbonisierung ist gesagt worden, Kohleausstieg und zwar wirklich in aller Konsequenz. Für mich ist aber auch die Frage, und wir sind hier nun bei der linken Stiftung, also was ist tatsächlich im Rahmen dieses Systems möglich? Muss man nicht an einer Stelle irgendwann auch die systemische Frage stellen? Weil vieles, und da sind wir dann irgendwann bei Karl Marx, und 200 Jahre Karl Marx erinnert uns an vieles, was er geschrieben hat, im Übrigen auch zum Verhältnis von Wirtschaft und Umweltzerstörung, wo er ja sozusagen über diesen Kreislauf Mehrwert, Profit, Zerstörung der Welt nachdenkt, die tatsächlich zum kapitalistischen System gehören. Muss man nicht tatsächlich am Ende auch die Systemfrage stellen, um wirklich zu einer Lösung zu kommen? Soll ich da verantworten? Die Systemfrage, ja. Ich bin ja Systemanalytiker, insofern, und ich habe auch, ich bin vertraut mit den diversen Schriften, über die hier gesprochen wird. Es ist schwierig, aber ich glaube, wenn man jetzt die aktuellen Entwicklungen sich anschaut und auch wie die Debatten geführt wird, die Frage ist natürlich, ob die Unterscheidung zwischen rechts und links wirklich funktioniert, die hat schon ihre Berechtigung, historisch ohnehin, das ist völlig klar. Aber wissen Sie, die Entfesselung aller Produktivkräfte, ob ich das jetzt im Gemeinschaftseigentum tue oder eben einige Tycoons und Oligarchen das tun, Wenn es eben letztendlich nur eine immerwährende Beschleunigung des materiellen Wohlstandes ist, dann ist der Effekt am Schluss trotzdem so, dass diese Menschheit keinen Planeten mehr hat, auf dem sie glücklich leben kann. Insofern, die Debatte muss man führen, also ich bin sicher, dass ein ungezügelter Kapitalismus, übrigens auch noch mal digital beschleunigt, natürlich viel schneller zur Zerstörung dieser Welt führt. Aber schauen Sie sich die stalinistische Doktrin an, die hat natürlich auch nicht unbedingt zur Bewahrung der Schöpfung beigetragen. Also eine Entschleunigung dieses hyperkapitalistischen Systems ist mit Sicherheit sinnvoll und das bedeutet natürlich auch, die Besitzfrage, die Zugangsfrage zu stellen, die sozialen Gerechtigkeitsfragen, das ist all das. Aber ich glaube, was man bräuchte, wäre schon, dass man letztendlich die materialistische Doktrin, die heute im 18. Jahrhundert entstanden ist und ins 22. Jahrhundert hineinragt, dass man die überwindet. Weil wenn ich jetzt die Debatten mir anschaue, wie sie geführt werden, ich glaube auch innerhalb der Linken, innerhalb der CSU, innerhalb der Grünen, dann ist die Unterscheidung eigentlich zwischen Materialisten und Idealisten, würde ich sagen. Das ist jetzt keine präzise politische Kategorie, aber soll heißen, wertgeleitet oder wohlstandsgeleitet. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Arbeiterschaft einfach in diese Falle getappt ist, die der Kapitalismus angeboten hat. Nämlich, wenn ihr mitmacht und sei es als unterbezahlte Arbeiter in Fabriken, dann kriegt ihr ein paar Krümel von dem wachsenden Wohlstand ab. Und das ist eigentlich ein permanenter Bestechungsversuch, dass die Krümel immer kleiner werden manchmal und dass es eine unwürdige Situation ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber viele haben mitgemacht und es gibt eine Komplizenschaft, meiner Ansicht nach, zwischen denen, die besitzen und denen, die arbeiten, bei der Zerstörung der Welt. Das glaube ich schon. Und diese Komplizenschaft muss man aufkündigen, meiner Ansicht nach. Und das bedeutet eben, dass man etwa in der SPD, aber ich glaube auch in der Linken, diese Frage genau stellen muss, wollen wir vordergründig die Erhaltung gewisser relativ gut bezahlter Arbeitsplätze, etwa in der Braunkohleindustrie, ist das das, was unser politisches Leitbild ist? Oder wollen wir nicht auch noch, dass die Nachkommen der heutigen Arbeiter noch in einer Welt leben können, die sie glücklich macht? Das ist vielleicht am Schluss für mich ebenfalls der größere Wert. Und das sage ich explizit, also materieller Wohlstand, den kann ich natürlich messen in allem möglichen, Energieverbrauch und welche Reisen ich mir erlauben kann und so weiter. Aber was macht uns im Leben wirklich glücklich? Ich glaube, das ist nichts, was man in einer Fabrik herstellen kann. Ganz herzlichen Dank. Wir hatten uns jetzt so verständigt, dass wir hier vorne jetzt nicht weiterfragen, könnten wir alles machen? Also wir beide könnten, glaube ich, eben Löcher in den Bauch fragen. Aber wir wollen ja auch, dass Sie die Möglichkeit haben, Fragen an Professor Schellenhuber oder möglicherweise auch an uns als Stiftungsvertreterinnen zu stellen. Also ring frei. Wer möchte? Ich gucke jetzt mal gerade, wer das Mikro... Ach, Steffen hat das Mikro. Ja, dann haben wir hier vorne gleich die Ersten. Die Frage ist doch, wenn ich die Ziele durchsetzen will, muss ich eine Propaganda haben und mir eine möglichst große Mehrheit in der Bevölkerung schaffen. Nun ist das Spektrum von Wissen und Vorurteilen in der Bevölkerung sehr groß. Und da muss ich ein bisschen maulen mit dem PIK und anderen, dass eine zielgruppenorientierte Information eigentlich nicht stattfindet. Prinzipiell haben Sie in Ihrem Vortrag jetzt schon wieder vorausgesetzt, wenn so und so viel CO2 kommt, dann kommt so und so die und die Temperatur. An diesem Zusammenhang, da fehlt für viele die Überzeugung. Vor allen Dingen, weil ja auch die Lobbyorganisationen versuchen, Sand ins Getriebe zu streuen. Und dann kommt, es gibt keine Gegenstrahlung, obwohl was von der Wand hier kommt, ist auch Gegenstrahlung, dass wir nicht frieren. Die Spanne ist also sehr groß. Durch mehr CO2 steigt zum Beispiel auch die Tropopause an. In diesem dickeren Kanal, der dadurch entsteht, ist die Windbewegung größer. Dadurch nehmen die Extremwetterereignisse zu. Und diese ganzen Erklärungen, die fehlen einfach. Und damit haben diejenigen, die keine Ahnung haben oder auf Reden reinfallen, leichtes Spiel. Und das mache ich ein bisschen den PIK und so weiter zum Vorwurf, dass eben keine Zielgruppeninformation stattfindet. Wobei natürlich nicht jeder alles verstehen wird. Wer einen geringen Bildungsgrad hat, der versteht also nicht, was die Tropopause mit der Temperatur zu tun hat und so weiter. Aber man darf es einfach nicht wegfallen lassen. Gut, ich glaube, die Frage war verstanden. Wollen Sie noch einen Satz mit ranhängen? Und dann, glaube ich, war aber die Frage verstanden. Was auch gehört, die Dekarbonisierung, die kann man auch, sagen wir mal, auf kapitalistischen Wege, der erst mal noch in der nächsten Zeit ist, voranbringen. Und man muss nicht unbedingt mit Parolen arbeiten, die sozialistisch wirken. Wo man auch wieder einige auf die Barrikaden bringen kann, die eigentlich dort nicht hingehören. Okay, vielen Dank. Wir haben uns verständigt, dass wir sammeln würden zur Frage. Auf alle Fälle kann, er macht es wahrscheinlich nicht selber, Professor Schellenhuber, darauf verweisen, dass er uns etwas mitgebracht hat, was, glaube ich, durchaus jeden anspricht und was, glaube ich, auch jeder relativ leicht lesen kann. Sie haben recht, das ist notwendig, auch so ein Material vorzulegen. Gut, jetzt haben wir die nächsten Fragen. Steffen, gib es mal weiter, einfach mal hier so durch. Kate, haben wir? Hallo, mein Name ist Kate, ich arbeite bei 350.org, bin auch hier mit der Stiftung Enge verknüpft. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Entschuldigung. Meine Frage handelt sich auch um eine Zielgruppe, die einiges nicht verstanden hat, und zwar die Politik. Professor Schellenhuber, Sie haben in Ihrem Vortrag das Teil zum deutschen Klimazielen übersprungen. Das würde, glaube ich, aber viele von uns, glaube ich, im Raum interessieren, was Sie dazu zu sagen haben, weil so wie es gerade aussieht, geben wir nicht nur die 2020-Ziele auf, sondern es wird gerade von manchen Akteuren hart drauf, also hingesteuert sogar, die 2030-Ziele genau zu verfehlen. Und genau, es würde mich einfach interessieren, was Sie dazu zu sagen haben. Ja, danke, Kate. Dann haben wir dort hinten jemanden in dem gelben Pullover. Mein Name ist Christfried Lenz. Herr Professor Schellenhuber, ich habe mich außerordentlich gefreut über Ihre Äußerungen, dass Sie also im Biomasse-CCS nicht die Lösung des Klimaproblems sehen. Wunderbar. Gunnar Luderer vom PIK, soweit ich weiß, hat ja diese Möglichkeit des 1,5-Grad-Zieles in die Diskussion vor der Pariser Konferenz eingebracht. Und soweit ich weiß, beruht seine Argumentation eben zum großen Teil darauf, dass per Biomasse-CCS eben der Atmosphäre CO2-Mengen entzogen werden. Und je nachdem, wie viel das sind, umso mehr kann also die Temperaturerhöhung gebremst werden. Gut, ich möchte aber jetzt weiter diese, gar nicht diese Diskussion um CCS hier reinbringen. Ich habe mich außerordentlich noch über was gefreut, nämlich, dass Sie vor der letzten Bundestagswahl gesagt haben, der Klimawandel wird umgeben von einer Mauer des Schweigens und der Verdrängung. Und Ihre Stimme ist eben gehört worden. Die ist in der überregionalen Presse aufgegriffen worden. Denn wir wissen alle, der Klimawandel und beziehungsweise Klimaschutz ist eben systematisch aus dem Wahlkampf ausgeklammert worden. Ich erinnere nur an das sogenannte Duell zwischen den beiden Kanzlerkandidaten, Merkel und Schulz, wo das Thema, obwohl es das drängendste ist, was wir überhaupt nur haben, mit keiner Silbe angesprochen wurde. Nun gibt es ja eine ganze Reihe von NGOs, wo ich auch mitarbeite, die sich abmühen und abgemüht haben, vor der Wahl und auch nach der Wahl, dem Thema Klimawandel und Klimaschutz das nötige Gewicht zu geben. Da gehören Vereinigungen dazu, wie das Bündnis Bürgerenergie, der Solarförderverein, die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, der Bund der Energieverbraucher. Also es ist insgesamt so ein Spektrum von 30, 40 Organisationen, die sich dann auch bei bestimmten Gelegenheiten zusammentun, gemeinsame Erklärungen und offene Briefe und derartiges loslassen. Allerdings ist es uns eben nicht gelungen, wirklich diese öffentliche Debatte im Rahmen der Bundestagswahl irgendwie zu entzünden. und meine, was wir versuchen und was ich Sie jetzt auch gerne fragen möchte, dann gibt es das Generationenmanifest, was ich für eine sehr gute Initiative halte. Ich glaube, da wirken Sie auch mit. Gäbe es denn nicht eine Möglichkeit, dass hier diese zahlreichen Organisationen, die aber irgendwie doch irgendwie zu schwach sind, um in die Öffentlichkeit richtig reinzukommen, dass Sie beispielsweise und von Ihrer Ebene her sich damit zusammentun und dass wir gemeinsam hier diese Diskussion in diesem Land verändern können. Ich erwähne auch noch den Namen Hans-Josef Feld, der da auch mitwirkt, ganz wichtig. Ich glaube, ist verstanden. Vielen Dank. Ich sehe jetzt da links noch eine Frage und dann eine noch hier vorne und dann machen wir die nächste Runde. Ja, Markus Otto, ich will mich eigentlich meinen beiden Vorrednern mit anschließen. Also ich bin hier vom AKRote-Beta aus dem Bezirk, also die Arbeitsgruppe zum sozialökologischen Umbau in der Linken. Und das, was Kate und Lutz gesagt haben, ist im Endeffekt das, was uns auch umtreibt. Also wir würden gar nicht, wie eben kamen, so der Wissenschaft oder auch den Stiftungen irgendeinen Vorwurf machen, dass die eine schlechte Arbeit machen, weil der Eindruck besteht, dass da eigentlich die Grundlagen, auf der man Politik machen kann, in den letzten Jahren extrem gut erarbeitet worden sind. Da werden Veranstaltungen gemacht, wo man sich wirklich, wenn man sich ernsthaft mit den Fakten da auseinandersetzt, einfach tagtäglich schlecht werden kann. Wenn man sich anguckt, was der Klimawandel, der ist ja nicht das einzige Problem, was wie so ein Lastwagen auf uns zuzieht. Es geht um Nährstoffkreisläufe, es geht darum, wie wir das gesamte Meer in Grund und Boden rocken, was ja auch nicht nur ein Ort für gemütliche Sommerurlauber ist, sondern was einfach eine Nahrungsgrundlage ist und, und, und. Wir arbeiten hier im Bezirk seit vier Jahren daran, unsere eigene oder beziehungsweise generell die Politik dazu zu bewegen, endlich dieses Problem, nicht nur als das Problem einer Neigungsgruppe, also von Leuten, die sich für irgendwas mal interessieren, wie man sich halt für Landschaftsmalerei interessiert oder für Kubismus oder so, sondern als ein Problem, was Tatsache eine Zukunftsfrage ist. Unsere Partei und auch andere Parteien oder das politische System setzt sich damit aber wirklich eigentlich nicht auseinander. Und meine Frage an Sie drei auf dem Podium ist, haben Sie generell, wie es ja hier eben auch schon anspricht, eine Idee oder eine Frage, wie man daraus auch eine Bewegung macht, die jetzt von der Basis ausgeht? Also, weil ich denke, wenn wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren nicht wirklich eine radikale Kehrtwende hinbekommen, brauchen wir uns auch um gar nichts mehr zu kümmern. Also, was ist sozusagen, wo ist das Potenzial, da endlich die Politik dazu zu bringen, auch unsere Parteien eingeschlossen, die hier sitzen, zu agieren? Ohne, dass ich sagen will, dass es da nicht zum Teil was gibt, aber es ist deutlich zu wenig. Gut, vielen Dank. Dann würden Sie in der nächsten Runde starten. Machen wir es so. Ja, die letzten Fragen gebe ich natürlich auch weiter an die Damen längst und rechts von mir, weil das ist letztendlich die entscheidende Frage überhaupt. Aber ich beginne mal mit, was Sie gefragt hatten, jetzt auch zur Theorie des Treibhauseffektes, Topopause, Gegenstrahlung, all die Dinge. Ich habe mich natürlich vorwärts und rückwärts mit diesen Fragen beschäftigt, aber es ist eine ziemlich komplizierte Materie. Dennoch wissen wir seit 1896, wie Svante Arrhenius seine erste Veröffentlichung gemacht hat, im Wesentlichen, wie das Ganze funktioniert. Dann gab es da irreführende Experimente und letztendlich wurde eigentlich erst ab 1950, als die Amerikaner für ihre B-52-Bomberstaffeln die Ausbreitung von Strahlen in der Atmosphäre und die Auswirkung sozusagen der Treibhauseffekte auf die Infrarotausbreitung genau untersucht haben und dazu Daten erhoben haben, gab es dann den entscheidenden Durchbruch, dass man diese Dinge dann akzeptiert hat. Und inzwischen, jedes Jahr legen wir irgendwie die Schippe von Erkenntnis drauf. Sohin kann man mit Satelliten auch sozusagen oben in der Atmosphäre messen, die Energiebilanz. Unterm Strich ist Folgendes. Wir wissen, wir haben eine Theorie und wir haben Beobachtungen, die uns wahrscheinlich eine Evidenz, eine Gültigkeit unserer Hypothesen geben. Größenordnung von 99 Prozent, würde ich sagen. Ich kann jetzt zu überstreiten, ob es 98 oder 99,5 sind. Ich kenne ganz wenige wissenschaftliche Theorien bei komplexen Fahrgestellungen, die irgendwo in diesen Bereich kommen würden. Also in der Krebsforschung ganz bestimmt nicht. Wo sie aber trotzdem, wenn sie zum Arzt gehen und das sagt, sie leiden an einem bösartigen Tumor, wahrscheinlich schon eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit als besorgniserregend einstufen würde. Hier sind wir aber bei 99 oder so. Das ist die eine Sache. Ich bin absolut überzeugt, dass wir Verfeinerungen vornehmen werden. Wir werden die Lage der Kipppunkte besser bestimmen und so. Aber in der grundsätzlichen Kausalität zwischen Emissionen von CO2 und den Veränderungen im komplexen atmosphärischen Geschehen, da gibt es für mich überhaupt keine Zweifel. Das Interessantere ist jetzt hier der andere Teil Ihrer Frage, wie kommuniziert man das Ganze, nicht? Und da muss man eben wieder sagen, da brauche ich eine vernünftige Aufgabenverteilung. Das PIK, das Potsdam-Institut, ist im Wesentlichen dafür da, primäre wissenschaftliche Einsichten zu generieren. Dass ich persönlich, und das mache ich sozusagen wirklich als extra Aufgabe mit großen Mühen und großem Zeitaufwand, auch versuche zu kommunizieren, diese Ergebnisse. Das ist erst mal meine Angelegenheit. Und keinem Mitarbeiter kann ich vorschreiben, das zu tun. Aber die Kommunikation dieser komplexen Sachverhalte ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Wir machen das, glaube ich, so gut, wie es irgend geht. Wie gesagt, wir haben jetzt einen ganz coolen Comic dazu produziert, der liegt hier aus, der wissenschaftlich absolut valide ist und trotzdem auf eine geschickte Weise, glaube ich, die Dinge erzählt. Aber das ist sozusagen etwas, was in gewisser Weise unsere Aufgaben überschreitet. Ich will aber Folgendes dazu sagen, wenn die Debatte so geführt wird und immer wieder Klimaskeptik und so weiter aufkommt. Wissen Sie, die moderne Wissenschaft in jeder Hinsicht ist unglaublich komplex und unheimlich abgehoben und erfordert ja eine geradezu mönchische Beschäftigung über 20, 30, 40 Jahre, um überhaupt zu verstehen, was da vor sich geht. Es wird niemals möglich sein, dem Laien zu erklären, warum zum Beispiel Elektronen quantenmechanisch so miteinander verknüpft sind, dass sie eine instantane Wirkung zwischen zwei weit entfernten Orten des Universums haben. Das ist das Quantum Entanglement. Ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde darüber erzählen und würden Sie wahrscheinlich selig dahinschlafen oder einschlafen, nicht dahinschlafen. Das wäre, so weit kommt es dann doch nicht. Aber trotzdem ist das so. Und darum würde ich sagen, das Entscheidende ist jetzt das System der Wissenschaft. Wenn wir die Systemfrage stellen, das System der Wissenschaft ist das, was uns die Aufklärung geschenkt hat über mehrere Jahrhunderte. Und es gibt sozusagen einen Respekt, eine Anerkennung für dieses System. Wenn ich Mitglied der National Academy der USA bin oder der Päpstlichen Akademie, dann werde ich das nicht zufällig, sondern da wird eine Lebensleistung gewürdigt, die tausendfach von eifersüchtigen Kollegen überwacht worden ist. Jede Arbeit, die ich einreiche, wird anonym sozusagen begutachtet, wiederum von eifersüchtigen Kollegen, die möglichst wollen, dass ich nicht in Nature veröffentliche oder so, weil das ihren eigenen Ruhm schmälert. Wer sich in diesem System behauptet hat, der muss was geleistet haben. Und wenn die Akademien der Welt sozusagen mit ihrer Autorität einfach weggewischt werden, und man sagt, naja, das kann ich mir jeder Gärtner genauso wissen, wie er den Sonnenstamm beobachtet, dann hat aber auch die Moderne abgewirtschaftet. Dann sind nämlich all die Errungenschaften, wenn Sie hier einen Schalter umlegen und dann elektrischer Strom fließt und Licht ist, all das, was die Physik hervorgebracht hat, ist auch nichts wert. Dann kann ich ja behaupten, der Strom fließt gar nicht, nicht? Oder jemand, der das Gravitationsgesetz in Frage stellt, kann ja bitte hier vom Hochhaus runterspringen und hoffen, dass sozusagen die Fake News, also gültiger sind, als die wirklich. Ich will damit nur sagen, entschuldigen Sie, dass ich hier etwas weiter aushole, aber das ist eine Debatte, die ich sehr oft führen muss. Wenn ich das System der Wissenschaft nicht anerkenne, so wie ich politisch etwa das Grundgesetz anerkenne, als ein langjähriger, schwieriger, quälender Prozess, der zum bestimmten Ergebnis führt, dann brauche ich die Debatten nicht führen. Und es gibt keine wissenschaftliche Propaganda, die jeden auf der Welt überzeugen kann, dass wir gerade den Planeten dabei sind zu zerstören. So, das ist die erste Antwort. Zu den Klimazielen, deutschen Klimazielen. Ich habe es übersprungen, weil ich angenommen habe, dass wir sowieso darüber diskutieren werden, was wir hiermit tun. Ja, das ist eine, ich weiß nicht, ob man es Tragödie nennen soll oder eine Farce. Ich meine, wir leben jetzt in einem der reichsten Länder der Welt, das von Wirtschaftsboom zu Wirtschaftsboom eilt. Wir haben die besten Ingenieure der Welt, wir haben ein sehr tiefes Verständnis in der Öffentlichkeit dieser Problematik und wir schaffen es noch nicht mehr, aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Das ist völlig absurd. Wenn in Indonesien, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Leute Strom brauchen und halt dann die Kohlekraftwerke nutzen, die schon länger geplant sind oder gebaut werden. Ja, man kann es irgendwie nachvollziehen. Wir haben jede Alternative zur Braunkohle und auch zur Steinkohle. Wir seit der Wende sozusagen exportieren wir jeden Tag Strom in riesigen Mengen und selbst wenn eine sogenannte Dunkelflaute ist, dann laufen die Braunkohlekraftwerke weiter und die Graskraftwerke werden hochgefahren. Wer sich die Daten der Energieagentur nur einmal angeschaut hat, Tag für Tag, das sieht, dass wir einen Luxus-Export von Strom betreiben, der der Atmosphäre schadet, der der Umwelt schadet und der eigentlich nur ganz wenigen einen Extragewinn beschert. Und da muss die Politik natürlich handeln. Aber da stelle ich genau die Frage, wie kann es sein, dass die Linke als Partei im Bund dem Kohleausstieg das Wort redet und in Brandenburg in Koalition mit SPD festhält an der Braunkohleverstromung. Das ist schizophrenisch, aber nicht nur schizophrenisch, es ist dämlich meiner Ansicht nach, weil damit wird man die nächsten Landtagswahlen nicht gewinnen. So, jetzt, nächste Frage. Also, ich kann als Wissenschaftler natürlich die Fakten auf den Tisch legen, wie ich es heute getan habe. Das hat einen begrenzten Überzeugungswert, das ist so. Aber ich glaube schon, dass man einfach Ross und Reiter benennen muss. Ich muss halt jeder Partei wirklich den Spiegel vorhalten und dann kann man ja die Entscheidung treffen und sagen, ja gut, mir sind die 8.000 Arbeitsplätze in der Baunkohle in der Lausitz wichtiger als die Zukunft des Planeten und meiner Enkel. Aber die Ansage sollte danach klar gemacht werden. So, jetzt zu dieser Frage, kann man eine allgemeine Bewegung schaffen? Ich bin ja in verschiedenen Bereichen unterwegs, wie gesagt, ohne mich dadurch in meiner wissenschaftlichen Arbeit einzuschränken, weil das ist das Kapital, von dem ich lebe. Die Glaubwürdigkeit entsteht dadurch, dass man ihm sozusagen an der wissenschaftlichen Front ganz vorne mitarbeitet. Ich glaube, wir haben eine seltsame Epoche im Augenblick und eine seltsame Dynamik. Die Digitalisierung gibt uns ja eigentlich die Möglichkeit, so etwas wie einen globalen Diskurs zu führen. Das Wissen, Debatten, Einsichten nicht mehr, wie es eben im 18. oder 19. Jahrhundert war, auf eine schmale Elite beschränkt ist. Die Aufklärung ist ja von einer winzigen Elite von älteren Herren hervorgebracht worden, à la Immanuel Kant und Leibniz und dergleichen. Von heutzutage hätten wir eigentlich die Möglichkeit, so etwas wie einen globalen Diskurs zu führen, über das Internet, wie auch immer. Und wir haben im Augenblick leider die Situation, dass das Internet, die soziale Medien quasi nur regressiv eingesetzt werden, von einer kleinen Gruppe von Krawallmachern, Leugnern, Skeptikern usw. dominiert werden. Was nicht wirklich reflektiert die Meinung der meisten Menschen. Das ist einfach so. Und meiner Ansicht nach müssen wir das Internet zurückgewinnen, sozusagen von dieser Minderheit der faschistoiden Denker und Krawallmacher. Und ich glaube schon, dass es möglich sein wird, so etwas wie ein Weltbewusstsein zu erzeugen auf die Weise. Das heißt, diese regressive Phase muss überwunden werden. Aber es kann sein, wenn die Politik auch hier wieder nicht die richtigen Weichen steuert. Das Ganze einfach nur von ein paar Silicon Valley-Konzerne gesteuert wird. Und dann wird eben das Internet nicht zu einem gemeinsamen Weltbewusstsein führen, sondern zum vollkommenen Eskapismus, dass die Leute in virtuelle Welten abtauchen. Zum Beispiel in Japan ist es ja so, dass dort Unterhaltungszentren bieten inzwischen an, dass man virtuell sozusagen in Zümpfen jagt und dergleichen. Also der komplette Eskapismus in virtuellen Welten. Und das ist genau das Gegenteil. Also mit anderen Worten, wenn wir die modernen Möglichkeiten der Kommunikation richtig nutzen würden, und das ist eine Schlacht, die man gewinnt oder nicht, dann glaube ich, können wir auch so etwas wie eine gemeinsame Bewegung schaffen, eine Weltbürgerbewegung. Wenn Sie jetzt verzweifeln bei Ihrer eigenen Aktion, glauben Sie mir, ich verzweifle auch jeden Tag. Aber am nächsten Tag stehe ich wieder auf und versuche es wieder. Vielen Dank. Ich unterstütze das natürlich sehr, dass wir das Internet für unsere emanzipatorischen und vernetzenden Prozesse zurückgewinnen sollten. Ich glaube aber, und das ist ja meine Beobachtung, viele denken, es gäbe heute weniger Protest als früher. Das stimmt aber nicht. Er ist aber fragmentierter. Ich kann einfach noch mal beschreiben, wo ich sehe, dass wir schon auch als Zivilgesellschaft, als Akteurinnen, Bürgerinnen noch mal nachdenken müssen, ob wir eigentlich organisatorisch, strategisch und politisch richtig aufgestellt sind. Weil diese Fragmentierung, die hilft zwar, mal ein einzelnes Thema voranzubringen. Also Proteste, die sich gegen ein Kohlekraftwerk wenden, die sind ja erfolgreich. Wir haben in Deutschland Kohlekraftwerke verhindert. Wir schaffen es mit einer globalen, mit einer global ausgerichteten Divestment-Kampagne, dass sich der norwegische Pensionsfonds, auch die Allianzversicherungen und viele, viele große Kapitaleigner selbst verpflichten und aus der Finanzierung von Kohle oder auch mittlerweile Öl oder Gas aussteigen. Das sind Bürgerproteste. Das ist Protest, der es ermöglicht, über diese Divestment-Arbeit, auch mal einen größeren Konzern zumindest Bekenntnis hinzubekommen oder auch zu einer klaren Aussage nicht mehr in diese Sachen zu investieren. Wir haben große Anti-TTIP-Demos. Wir haben meine Landwirtschaftsdemo. Die einzige weltweite Demo gegen Agrarindustrie findet in Deutschland statt. Das sind alles großartige Errungenschaften unseres Engagements, was wir ja auch unterstützen als Stiftungen unter anderem. Wo ich aber ein Problem sehe, ist, dass wir es nicht schaffen, daraus mal sowas, wie ich sagen würde, einen großen strategischen Ratschlag zu machen und zu sagen, wo müssen wir jetzt eigentlich auch Aktivitäten mal bündeln, um hier und da Durchbrüche zu erzielen. Also ich finde, wir sind nicht strategisch genug, so erfolgreich das alles ist. Und wir haben keinen und zu wenig gemeinsam Diskurs darüber, in welche Gesellschaft wir wollen. Ob eine antikapitalistische Bewegung da hilft, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass Leitprinzipien wie Werteorientierung und weltoffen und wir Kategorien brauchen dafür, das für uns auch normativ zu erschließen, wo wir da hinwollen, das glaube ich sehr wohl, dass wir das neu brauchen. Aber wie überwinden wir Fragmentierung? Ich habe mir da wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Es scheitert auch ein bisschen und oft auch, dass natürlich auch Zivilgesellschaft mit kapitalistischen Effizienzkriterien unterwegs ist, aufmerksamkeitsökonomisch unterwegs ist. Die Fragmentierung hat ja Ursachen. Und über die müssten wir nachdenken. Weil wir sind auch Konkurrenzunternehmen. Es ist leider so, wir konkurrieren untereinander um Aufmerksamkeit, um Gelder. Ich sage doch nicht, dass ich das gut finde. Aber es ist Fakt für mich, dass oft Bündnisse nicht entstehen, weil darüber auch gefeitet wird, wer kriegt jetzt was und wer hat welche Zugänge zu welchen Geldtöpfen und wer kommt wie vor. Und ich finde, wir müssen über, wie haben wir eigentlich selber Effizienzkriterien und Konkurrenzkriterien des Kapitalismus verinnerlicht, die uns hindern daran, besser zu netzwerken. Das ist ein Thema. Da gibt es immer wieder Anflüge von Versuchen, das zu diskutieren. Aber es ändert sich auch da nichts. Außer, dass halt ab und zu mal bessere Bündnisse entstehen. Gut, aber zum Glück, genau das wollte ich gerade sagen. Also zum Glück konkurrieren wir heute hier nicht. Zum Glück gibt es tatsächlich auch zwischen uns, und die Beispiele sind ja genannt worden, gibt es ja inzwischen auch Netzwerke und wir arbeiten tatsächlich durchaus zusammen. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir, um die Ziele, die hier genannt worden sind, die Pariser Klimaziele und viele andere zu erreichen, braucht es tatsächlich eine große, letzten Endes eine weltweite Bewegung. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Linke ein Teil dieser Bewegung sein muss. Und viel das Stichwort Verzweifeln. Ich gebe ja ehrlich zu, mir ist manchmal auch zum Verzweifeln. Und jetzt bekenne ich mich, ich bin aus Brandenburg. Dafür kann ich nichts. Ich bin dort geboren, ich lebe dort und so weiter. Gehöre aber eher zu dem Teil, Herr Professor Schellenhuber, die versucht, auch die linke Politik in Brandenburg zu ändern. Da gibt es ganz, ganz kleine Pflänzchen. Also zum Beispiel haben wir es auf einem Parteitag geschafft, einen Beschluss herbeizuführen gegen einen weiteren Neuaufschluss von Kohleabbaugebieten. Das haben wir geschafft. War eine eigenartige Situation, weil es eine Mehrheit auf dem Parteitag gab. Allerdings die Mitglieder der Fraktion und die Mitglieder der Regierung haben dagegen gestimmt. Die Mehrheit hat gereicht, zunächst mal. Worauf wir achten müssen, ist, dass dieser Beschluss tatsächlich auch wirksam wird. Also ganz klar, und ich kritisiere das auch regelmäßig, dieser grüne Faden, der da sein muss. Also tatsächlich darüber nachzudenken, wofür sind wir in dieser Welt. Wie gehen wir um mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen? Der fehlt an vielen Stellen bei der Linken. Und dass wir da ganz dicke Bretter bohren, glaube ich, darüber sind wir uns auch im Klaren. Da sind alte Denkweisen nach wie vor da. Aber ich glaube, was uns besser gelingen muss, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, diese Frage der sozialen Dimension des Klimawandels muss eine stärkere Rolle spielen. Aber die Frage auch der Zusammenhänge. Sie haben vorhin über diesen Klimaflüchtlingspass gesprochen. Wir reden viel zu wenig darum, Klima ist oder die Frage des Klimawandels ist bis jetzt kein Fluchtgrund. Kein anerkannter Fluchtgrund. Das heißt, diese Zusammenhänge herzustellen, warum gehen denn Menschen weg aus ihren Ländern zum Beispiel? Was hat das eben zum Beispiel mit Klimawandel zu tun? Das ist eine zutiefst soziale Frage, der wir uns ja zuwenden, aber der wir uns in diesem Zusammenhang stärker zuwenden müssen. Also kurz und gut, wir sollten nicht verzweifeln. Das sage ich jetzt an alle Linke, die hier irgendwo im Raum sind. Wir sollten nicht verzweifeln, sondern wir sollten weiter gemeinsam miteinander ackern, dass wir es schaffen, immer wieder tatsächlich die richtigen Fragen zu stellen. Und vielleicht ein Letztes noch. Und als Stiftung haben wir natürlich durchaus andere Möglichkeiten, sowohl was die internationale Arbeit anbetrifft, als auch was diese Dialogfunktion, die wir hier haben, tatsächlich mit anderen ins Gespräch zu kommen, diese Netzwerkarbeit. Da kann ich nur sagen, wir haben gestern hier in dieser Stiftung einen Gesprächskreis Sozialökologische Transformation gegründet. Das heißt, wir versuchen auch von der Stiftung aus, im Sinne von Politik beratend, gegenüber unserer Partei noch stärker wirksam zu werden, um, wie gesagt, dieses dicke Brett zu bohren und irgendwann auch mal durchzukommen mit dem Loch. Das ist, wie gesagt, der Ansatz, den wir als Stiftung haben. So, jetzt können wir weitermachen. Sie sind jetzt der Nächste hier. Mein Name ist Michael Trapp, ehemals Bayer AG. Ich habe eine Frage zur Trägheit des Systems. Wie träge ist das Klimasystem angenommen, wir würden in wenigen Jahren die sogenannte Nullemission erreichen oder sagen wir mal das System der Erdsphären. Es ist ja nicht nur die Atmosphäre. Hintergrund ist der, dass ich die Daten von Mauna Loa und NOA aufgetragen habe in den letzten 40 Jahren. Wenn man die extrapoliert, linear oder exponentiell, lande ich exakt bei 450 ppm und 2 Grad um 2037. Ist das ein realistisches Modell inklusive der Trägheit des Systems? Kann 2040, 3045 sein. Das würde aber heißen, dass alles, was bisher gezeigt wurde, viel zu harmlos ist. Aber warte mal, warte mal. Bei mir wird quotiert, dann die Dame erst und dann sind sie. Ja, ich habe noch eine Frage an die beiden Stiftungen. Ich bin von der Bund-Jugend und frisch aus der Schule raus quasi. Und ich hätte noch eine Frage zu der Bildungspolitik, ob da was passiert. Weil damals in Geografie hatten wir einmal den Film »Eine unbequeme Wahrheit« geguckt von Al Gore und dann war das Thema irgendwie abgehakt. Und dann haben wir weitergemacht über Plattentektonik und sowas. Ich wollte fragen, ob da irgendwas noch passiert in der Bildungspolitik. Gut, dann setzen Sie dran. Ja, zwei, drei Fragen. Im Anschluss an diese vielleicht. Es sind ja kürzlich, ich glaube, von der Universität von Anke, also Dieter Limkuhl, Deutsche Allianz Klima und Gesundheit, die sich vor kurzem gegründet hat. Im Anschluss an die Frage meines Vorredners. In der Universität von Angler ist, glaube ich, kürzend eine Studie erschienen, die sagt, Sie haben doch das Tempo überschätzt, mit dem die Erderwärmung zunimmt. Können Sie vielleicht da kurz was kommentieren? Ja, ich, von der Universität von der britischen Universität Angler oder was? Ist Engler. Ist Engler, ja. Also, dass die Erderwärmung doch etwas langsamer geht, aber auch von Gritschen, das ist dramatisiert. Aber jetzt zur Strategiefrage. Mir hat sehr gut gefallen, Herr Schellenhuber, Ihr Framing. Sie haben zugespitzter Dialog mit der Braunkohle. Und ich glaube, wir brauchen solche Narrative, worauf es ankommt. Es wird ja immer gesagt, wir müssen das sozial abfedern, damit die Leute nicht betroffen sind. Aber die Gegenrechnung, die Sie aufgemacht haben, es geht um die Zukunft auch der Kinder, der Arbeiter. Es geht um die Zukunft des Paneten. Und es geht um die Verhinderung von Arbeitsplätzen, besseren Arbeitsplätzen, größeren Maße. Ich glaube, wir brauchen viel mehr diese Diskussion. Die geht völlig unter. Es würde die Frage zuspitzen. Die andere Frage, weil ich aus dem Gesundheitsbereich komme, erreichen wir nicht auch Leute mehr? Die Diskussion ist für uns hier auch schwierig, weil wir im Norden nicht die Hauptleidtragenden sein werden. Und das ist ein Kommunikationsproblem für den normalen Bürger. Und wenn wir die Gesundheitsfrage, deswegen werden wir aktiv adressieren, können wir andere reichen, weil wir sagen, das wirkt sich heute schon aus. Sie haben erwähnt, die über 6 Millionen vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung und Feinstaub. Wir haben das bei den Krebserkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen, bei den Allergien, bei den Kindern. Und auch hier haben wir vulnerable Gruppen. Also, dass wir auch ein Narrativ ändern, auch wie wir kommunizieren, nicht die Fakten, wie wir kommunizieren. Und wenn es da noch ein paar Erläuterungen von Ihnen geben könnte, wie das geschehen kann. Danke. Ja, danke. Achso, ich gebe Sie dann gleich weiter. Ich wollte noch kurz was fragen. Und zwar, ja gut, jetzt möchte ich mal so ein bisschen Advocatus Diablo spielen mit Herrn Schellhofer. Ich hätte so ein paar technische Fragen noch, weil ich immer, wenn ich zum Beispiel, ja, ja, wie schätzen Sie den Umfang von retardierenden Effekten jetzt ein? Also zum Beispiel, es tauchen die Zahlen 1880 bis 1920 auf. Danach, warum danach nicht mehr? Was ist mit einer aktuellen Sonnenminimum-Einstrahlung? Und was würde passieren, wenn jetzt beispielsweise in Sibirien riesige Flächen borealer Nadelwälde neu entstehen würden, sich noch Norden ausdehnen würden? Was wäre die Absorptionsfähigkeit des Nordpolarmeeres? Wenn das Eis dort im Nordpol abtauen würde? Und können wir aus der Geschichte, Erdgeschichte gab es ja in großen Zeiten gar keine gefrorenen Pole. Also es muss ja bedeutend wärmer gewesen sein. Und was können wir lernen aus der Epoche, wo das Eis sich eben ausgebreitet hat, in der sich das Eis ausgebreitet hat zum Beispiel? Und könnte das nicht noch eine Absorptionsmöglichkeit so sein, das retardierende Effekt, dass das Ganze letztendlich vielleicht auch absorbieren oder so weiter hat. Okay, vielen Dank. Wir machen jetzt eine Antwortrunde, ihr vorne und würden dann vielleicht noch eine kurze, eine Fragerunde noch kurz machen. Ich möchte nur gerne das in Blöcke gliedern, sonst überfordert es uns alle gemeinsam, das zu beantworten. Ich bin an sich relativ erstaunt, dass ich hier in diesem Kreis so viele Fragen zum System selbst, zur Klimaphysik bekomme. Ich dachte, es wird vielmehr über Gerechtigkeit geredet hier, sondern es ist eher so, dass ganz offenbar auch leicht skeptische Ansichten da sind. Das erlebe ich ja normalerweise dann, wenn ich an Universitäten Vorträge halte und dann meistens pensionierte Gewerbelehrer aufstehen und mir erklären, dass ich das mit dem Treibhauseffekt völlig falsch verstanden habe. Was möglich ist, aber ich lasse mich gern belehren. Nein, aber die Fragen sind trotzdem berechtigt. Ich will auch ernsthaft darauf eingehen. Also auch die letzte Frage, ich beginne mit der genauso. Sie haben diese Extrapolation vorgenommen, Manaloa-Daten, wie auch immer. Und die Frage auch, ob der UEA, an der ich mal Professor war, sozusagen jetzt Entwarnung oder ein bisschen... Aber, aber nee. Die Antwort ist die, dass es neben dem menschlichen Gehirn kaum was ähnlich Komplexes gibt wie das Klimasystem der Erde. Full Stop erst mal. Und das bedeutet, dass ich wirklich alle wissenschaftlichen Disziplinen von der Quantenphysik bis hin eben dann zur synthetischen Biologie und wie auch immer einsetzen muss, um annähernd zu verstehen, was dieses verrückte System denn so tun könnte. Wir sind ja deswegen relativ zuversichtlich in unseren Prognosen für die Zukunft, weil wir inzwischen die Vergangenheit sehr gut rekonstruieren können. Zum Beispiel die Eiszeitzyklen. Ich habe selbst dazu veröffentlicht in Nature vor zwei Jahren. Ich glaube, es ist eine wirklich wichtige Arbeit. Wir können exakt zeigen, wann die letzten Eiszeiten, die letzten zehn Zyklen eingesetzt haben, also über 800.000 Jahre zurück, welches kritische Niveau CO2 haben musste, wie die Sonneneinstrahlung war und so weiter, wo sich die Eisschilde gebildet haben. Und wir können jetzt schon zeigen, dass genau deswegen die nächsten zwei Eiszeiten schon unterdrückt werden von Menschen. Sie werden nicht mehr stattfinden. Die nächste Eiszeit wäre aufgrund der Orbitalparameter der Erde und so weiter in 50.000 Jahren angesagt. Sie wird nicht mehr stattfinden, weil die CO2-Einbringung in die Atmosphäre das schon unterdrücken wird. Genauso wissen wir, welche Veränderungen des Golfstroms dazu geführt haben, dass während der letzten Eiszeit diese massiven Fluktuationen waren, sogenannte Dansker-Öschger-Ereignisse, Heinrich-Ereignisse, Abscheiden des Golfstroms. Das ist ein unendlich komplexes System, das wir aber immer besser begreifen. Und die traurige Nachricht ist die, dass wir keinerlei negative Rückkopplungen finden, also dämpfende, retardierende, wie Sie sie genannt haben. Außer der Abstrahlung, das geht mit T hoch 4, also vierte Potenz der Oberflächentemperatur, das ist das Stefan-Boltzmann-Gesetz, das ist quasi der Energiemüll, den der Planet abstrahlt. Aber ansonsten finden wir keine negativen, also stabilisierenden Rückkopplungen. Und wir suchen eigentlich verzweifelt danach. Wenn ich nächste Woche ein Paper zugeschickt bekommen würde, wo steht, das ist eine negative Rückkopplung, dann würde ich jubeln. Aber wir haben keine gefunden bisher. Mit anderen Worten, wenn ich linear extrapoliere, sehe ich in der Tat, die Erderwärmung wird entsprechend fortschreiten. Es kann sein, dass wir im Mitte des Jahrhunderts bei zwei Grad angekommen sind etwa. Es gibt da eine Reihe von nicht-linearen Prozessen, die ich mit berücksichtigen muss. Aber die Frage, die uns im Augenblick umtreibt, wo wir gerade an einer wichtigen Publikation arbeiten, ist eher die, ich habe Ihnen gezeigt, dass es absolut sinnvoll ist, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten. Wo 1,5 Grad möglich ist, steht wirklich in den Sternen. Aber zwei Grad wäre zumindest eine Brandschutzmauer gegen die größten Unfälle. Aber was wir nicht wissen ist, ob ich die Erde überhaupt bei diesen zwei Grad sicher parken kann. In dem Sinn, aha, ich pegel das ein, ich stelle den Thermostaten so ein, die CO2, aber gibt es da nicht Prozesse, die uns einfach heraustreiben aus diesem Korridor im oberen Holozehen sozusagen. Wir wissen nicht, ob der Planet stabil dort gehalten werden kann oder ob es nicht so etwas wie einen Runaway-Greenhouse-Effekt gibt, also einen selbstverstärkenden Treibhause-Effekt an. Wir wissen es nicht. Und genau das macht einen natürlich umso bewusster, dass wir alles tun müssen, die Erderwärmung halt so eng wie möglich zu begrenzen. Die Arbeit von der UEA kenne ich nicht. Kollegen von mir in Oxford, Malz-Ellen und andere, haben eine Studie vorgelegt, die sagt, dass wir noch ein viel größeres Kohlenstoffbudget zur Verfügung haben, als eigentlich gedacht. Aber wenn man die Arbeit genau anschaut, dann ist sie voller Fehler und das wird eigentlich von der Mehrzahl der Wissenschaftler akzeptiert. Ja, es kommt immer wieder so etwas ab, aber das gehört zum Prozess der Wissenschaft. Also immer eine steile Hypothese versuchen zu belegen und dann beugen sich halt alle anderen drüber und dann manches hat Bestand und manches nicht. Leider gibt es, meiner Ansicht nach, da keine positiven Nachrichten. Also wir können nicht darauf vertrauen, dass sich das System schon irgendwie selbst regeln wird. Aber ich will das aufgreifen, was Sie auch gesagt haben, bevor ich zur Bildung dann noch was sage, ganz wichtige Frage, meiner Ansicht nach. Was Sie sagen zur Zuspitzung der Narrative. Ich glaube, da haben Sie absolut recht. Also wir versuchen im Augenblick, ich bin ja Mitglied der Leopoldina auch, die ja aus einer Ärzte gelehrten sozusagen Vereinigung zur Nationalakademie wurde und dort machen wir jetzt einen sehr intensiven Prozess öffentliche Gesundheit und Klimawandel. Die Folgen der Luftverschmutzung, die Folgen des Klimawandels und so weiter und es sind zwei große Gemeinschaften, nämlich die ganze medizinische und die ganze, die sich mit der Umwelt beschäftigt, jetzt endlich zusammenfindet. Und das Narrativ, dass selbst wenn der Treibhauseffekt nicht existieren würde, wie wir durch die Verbrennung von Kohle, Öl, Gas Millionen Menschenleben zerstören jedes Jahr, das Narrativ, glaube ich, ist jedem verständlich. Und das andere ist genau das, ich muss irgendwo beginnen, die große Transformation, die eine Systemtransformation sein wird, wird sich in vielen Facetten vollziehen, aber sie beginnt mit bestimmten Bewegungen. Und das allererste, was jedes fortgeschrittene Industrieland tun müsste, wäre aus der Kohle auszusteigen. Es ist die schlechteste aller Energieformen, es ist die mit der größten Gesundheitslast und es ist die, die das Klima am meisten schädigt. Und wenn Deutschland sagt, die deutsche Politik, wir können uns das nicht leisten, dann ist es eine schlichte Lüge. Fertig aus. So, und jetzt komme ich noch zur Bildung. Für mich ist immer interessant, wenn ich in so Veranstaltungen bin, was man feststellt ist, dass oft das Publikum bei solchen Veranstaltungen vor allem aus jungen und alten Leuten besteht, aber die mittlere Generation ist immer abwesend. Es sind nämlich die, die die Geschäfte machen und die dafür sorgen müssen, dass sie noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Es sind die, die die Macht haben in der Regel. Es sind die, die die Prozesse bestimmen. Das ist immer interessant. Nein, das sind die Träger sozusagen des materiellen, materialistischen Paradigmas. Und die die SUVs kaufen und was weiß ich nicht alles tun. Mit anderen Worten, ich finde diese Kombination trotzdem sehr schön, dass nämlich ältere Menschen, zu denen ich auch gehöre, versuchen ein bisschen was an ihren zum Teil ja auch schwierigen Erfahrungen mitzugeben und sagen, wo man sich vielleicht verrannt hat, was man falsch gemacht hat, was man besser machen könnte. Es sind natürlich die jungen Menschen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Nicht nur als Wähler, wie auch immer. Und die Voraussetzung ist die, dass sie eben in Kenntnis gesetzt werden dessen, was auf sie zukommt. Und dass diese in Kenntnis-Setzung auch an den Schulen weitgehend nicht stattfindet, ist ein sozialer Skandal. Ich kann nur ganz kurz sagen, wir als politische Stiftungen haben mehr oder minder in der Arbeitsteilung der politischen Bildungseinrichtungen in der Bundesrepublik leider nicht so richtig den Auftrag in Schulbildung und in Bildung für Kinder und Jugendliche zu investieren. Das ist gar nicht einfach, weil wir kriegen ja staatliche Gelder und diese staatlichen Gelder können wir zwar schon groß verwenden, wie wir wollen, aber es gibt ein paar Kriterien und Auflagen und Mandate und so weiter. Weshalb wir ja schon auch ringen darüber, dass wir vielleicht mehr Bildungsmaterialien auch für Schulen oder für andere Zielgruppen machen können als nur Erwachsene. Wir machen das, indem wir manchmal, weil da auch die Nachfrage kommt, jetzt Bildungsmaterialien für Lehrer machen, aber das ist nicht untrivial, weil du musst ja Verteiler haben, um dann flächendeckend an alle Schulen zu kommen. Also müssen wir als Stiftungen ein System aufbauen, die es dann möglich macht, dass das Bildungsmaterial dann auch wirklich bei den Lehrern ankommt, weil der Aufwand, dass es dann vielleicht 20 Schulen sind, finde ich nicht ausreichend. Da wäre mir der Anspruch zu niedrig. Wir haben das letztes Jahr beim G20-Gipfel gemacht, Bildungsmaterial für Schulen bereitgestellt und sind dann, mussten dann auf die Didakta gehen und einfach ganz neue Vertriebswege und Verteilersysteme suchen, machen wir. Dann haben wir ein sehr erfolgreiches Kinder- und Jugendbuch für 12- bis 15-Jährige, das heißt Tiere, Fleisch und ich. Das ist ein wunderschönes Comic, war vorgeschlagen und nominiert auch für den Deutschen Jugendpreis. Das ist ein Buch, das illustrativ aufklärt über die Folgen von Fleisch, wie werden Tiere gehalten und so weiter. Wir haben das Buch auch in 60.000 Auflage schon unter die Leute gebracht und die Lehrer reißen es uns aus der Hand. Also es gibt ein riesiges Interesse danach, aber ich will sagen für Bildungs-, wir müssen letztlich die Lehrer dazu bringen, dass sie nachfragen, dass sie andere Curricula kriegen. Die großen Megatrends, von denen Sie uns ja heute berichten, was heißt Digitalisierung für die Zukunft, was heißt Klimawandel für die Zukunft, den Kindern da auch Material in die Hand gibt. Wenn wir das nicht leisten, nicht schaffen, dass es in die Kerncurricula kommt, dann können wir zwar Beiträge leisten, aber das ist eine Strampelarbeit. Also interessanterweise kommen wir im Ausland leichter mit unseren Materialien in Schulen, als es hier in Deutschland der Fall ist. Wir haben unter anderem so einen Comic gemacht zu Flucht und Migration, der wird in griechischen Schulen inzwischen verwendet für den Schulunterricht. Also das ist hier tatsächlich schwierig, aber ich glaube, es ging nicht nur um die Frage Kinder- und Jugendbildung, auch in der Erwachsenenbildung sollte, glaube ich, das Thema Klimawandel schon eine Rolle spielen. Wir arbeiten nicht nur international zum Thema Klimagerechtigkeit zusammen, sondern wir arbeiten hier im Haus auch bereichsübergreifend zusammen, das heißt mit der politischen Bildung zusammen und versuchen hier Bildungsangebote in der politischen Bildung, aber vor allen Dingen auch in der kommunalpolitischen Bildung zum Beispiel zu stricken, die dort angenommen werden und mit denen wir dann zum Beispiel natürlich auch mit Publikationen, Konferenzen, Workshops etc. tatsächlich auch Bildungsarbeit machen. Aber wir sind dann nur ein Teil, also das kann ich nur unterstützen. Ich glaube, viel stärker muss es sein, dass es in die normalen Lehrpläne der Schulen und so weiter hineinkommt. Das beginnt aber dann schon bei der Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern oder bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und endet dann nicht bei der Gestaltung der Schulmaterialien zum Beispiel. Ich glaube, da muss auf alle Fälle mehr getan werden. Vielleicht darf ich noch zwischendurch, es kommen dann gleich weitere Fragen, die wir dann gerne nehmen, vielleicht über die Bildung hinaus in diesem Fall. Letztendlich ist es so, dass Politik ja im Wesentlichen von Menschen gemacht wird, die die Folgen ihrer Politik nicht mehr erleben werden. Das ist ein demokratisches Dilemma, wenn Sie so wollen. Und diejenigen, um die es eigentlich geht, sind eigentlich ausgeschlossen von den Entscheidungsprozessen. Wir haben mal beim WBGU, Beirat globale Umweltveränderungen, einen interessanten politischen Vorschlag ins Spiel gebracht. Dann könnten ja die beiden Parteien aufgreifen, die Linke und die Grüne. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die mildere Variante ist die, dass Menschen, die minderjährige Kinder haben, die noch nicht wählen dürfen und zusätzliches Stimmrecht kriegen. Wenn Sie also drei Kinder haben, die noch schulpflichtig sind, haben Sie drei Stimmen mehr bei der Wahl. Eigentlich logisch. Und das andere wäre, dass man zehn Prozent der Parlamentssitze sozusagen für Zukunftsadvokaten reservieren würde. Also Menschen, die könnten von den Umweltverbänden, wie auch immer es sein, können doch losbestimmt werden. Ist mir alles egal. Die sozusagen quasi nur im Interesse künftiger Generationen ihre Stimme abgeben würden. Und das würde natürlich bedeuten, dass die etablierten Parteien ein bisschen weniger Plätze hätten im Parlament. Gut, ich schlage Folgendes vor. Wir machen noch, oh, aber nicht alle, das werden wir nicht hinkriegen. Ich würde zunächst mal nur die, die sich noch nicht gemeldet hatten, wir würden noch eine Fragerunde und eine Antwortrunde machen. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, bei einem kleinen Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ich würde alle die, die jetzt nicht dran kommen, eher dann auf die Imbisszeit vertrösten. So, dann haben wir jetzt dort eine Frage. Mein Name ist Lena Tietken und ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema Bildung auch. Und ich arbeite eigentlich schon seit Längerem da dran, für einen Paradigmenwechsel mich einzusetzen. Und orientiere mich ein Stück weit an dem Bildungstheoretiker Klawski, der in den 90er Jahren schon entworfen hatte, dass man die Schulen, also den Kanon, nicht mehr separiert in Fächern quasi anbietet, sondern entlang der gesellschaftlichen Problemlagen, die es zu lösen gilt. Das sind absolut No-Go-Areas in Deutschland. Das ist wirklich eine Katastrophe. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr hin. Sondern die Frage, die ich jetzt hier im Raum habe, ist, wie kann man daraus nochmal anders auch zuspitzen in den Stiftungen, dass die auf die Parteien wirken. Und dass Bildung nicht immer so additiv als und dann haben wir noch Bildung. Sondern Bildung, gerade wenn man das so anfassen würde, würde das diesen Rahmen sprengen, dass dort die Erwachsenen sind und hier die Jugendlichen und dann noch die Kinder da unten. Natürlich hat jeder ein Anrecht auf die eigene Pädagogik, aber es wird sowas wie zu einer gemeinsamen gesellschaftlichen Aufgabe. Wir haben einen unendlichen Pragmatismuswechsel oder einen Wechsel zum pragmatischem Denken. Den können wir auch nicht wieder einfach rückgängig machen. Nur er muss meines Erachtens raus aus diesem ökonomischen Zwang. Also die Schulen sind durchökonomisiert, die Wissenschaft brauche ich gar nicht zu erzählen, bis hin, die Psychologie ist durchökonomisiert. Das müssen wir jetzt an diesem Raum auch, glaube ich, nicht ausfahren. Das wissen wir. Aber wir müssen da raus. Und das sehe ich dann auch im Kontext mit dem Klimawandel. Wenn wir da nicht rauskommen, dann kommen wir auch aus dem Klimawandel nicht raus. Und das ist auch nicht in den Parteien, auch bei den Linken und auch bei den Grünen nicht runter. Also die Diskussion, die wir oder die ich mitbekommen habe, denn auch bei den Grünen um den Green Deal ist auch etwas von tut mir nicht weh. Ja, tut mir nicht weh. Mach mich nicht nass so. Wasch mich. Also wie kommt man da weiter raus? Und was mir da fehlt bei den Stiftungen ist so Räume und zwar wirklich laute Räume, in denen wieder über Utopien nachgedacht werden kann. Also wo die Geschichte von Sales and Alternative durchbrochen wird. Weil ich glaube, das ist auf der Bewusstseinsebene etwas, was so stark gegriffen hat. Also mein Enkel ist 99 geboren, der kennt gar nichts anderes. Das ist für ihn mit der Muttermilch eingesogen. Aber das heißt, da wären ja noch die Älteren, die was durchbrechen können, die nochmal andere Zeiten erlebt haben. Also dass man wieder in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was sind Zukunfte? Wie durchbricht man Kapitallogik? Ich finde schon, dass man die durchbrechen muss. Wie verhindert man, dass man dann nochmal in die Konkurrenz des kapitalistischen Systems geht und dann wieder irgendwo landet, wo das AKW in den Markte durchsicherer ist und so weiter und so fort. Also dieses entlang von utopischen Räumen auch Geschichte aufarbeiten dann dabei. Das wäre meine Frage vor allen Dingen an die Stiftung, aber vielleicht auch an Herrn Schnello. Ja, vielen Dank. Ich habe dort einen jungen Mann gesehen. Steffen? Hallo. Ja, mein Name ist Jurek. Ich bin auch von der Bundjugend und mein Problem ist, dass ziemlich häufig über Politik geredet wird, was kann Politik machen und ein anderer wichtiger Faktor ist, was können wir selber tun, was kann die Gesellschaft tun und da ist meine erste Frage, welche Auswirkungen hat es quasi in Sinne der Nachhaltigkeit zu schaffen, also Subsystem zu schaffen, ohne quasi im gesamten politischen System irgendwas zu verändern und meine zweite Frage ist, ja, was machen die Stiftungen, um quasi nicht nur über den Klimawandel zu informieren, sondern auch zu zeigen, okay, das sind jetzt bestimmte Schritte, die wir alle tun können. Ja, vielen Dank. Dann haben wir hier vorne eine Dame und dann Sie. Ja, hallo. Mein Name ist Elisabeth Trapp und ich wollte einfach eine Anmerkung machen zu der Verteilung des Alters, also von den Gruppen und ich wollte vielleicht einfach mal eine Beobachtung hineinwerfen. In der Gesellschaft teilweise ist es wirklich so, dass die jungen Familien, die nicht diese Privileg haben, so viel Zeit in ihren Händen zu haben, die teilweise zwei, drei Jobs verrichten müssen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist und meine Frage ist, wenn Sie unterwegs sind, Sie sind nicht nur in Deutschland unterwegs, wie ist eigentlich die Resonanz, was Sie bekommen, global, was ist die Interesse und die Bereitschaft, also das würde mich immer interessieren. Dankeschön. und alle anderen dürfen dann sozusagen Herrn Professor vom Essen abhalten. Vielen Dank, Gregor Hagedorn, Berliner Naturkundemuseum. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen schönen Vortrag, den Sie gehalten haben, wirklich. Gleichzeitig finde ich, reden wir hier zu viel über die Frage, sind die Fakten wirklich wahr? Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie das Format ein bisschen ändern, dass wir sagen, diejenigen, die inhaltliche Fragen haben, für die haben wir am Ende eine halbe Stunde reserviert, da klären wir diese Fragen nochmal. Und jetzt in meinem Vortrag zeige ich Ihnen, was passieren wird. Dieses Beispiel, was Sie gebracht haben mit dem Krebs, finde ich wunderbar. Wenn ich 60 Prozent Wahrscheinlichkeit Krebs habe, dann bin ich aus dem Häuschen. Wir reden über die letzten paar Prozente Unsicherheit in Klimamodellen. Es ist sicherlich hilfreich zu erklären, dass natürlich, ich bin Wissenschaftler, Wissenschaft immer mit Unsicherheiten arbeitet. Aber letztendlich ist die eigentliche Frage, über die wir reden, meiner Ansicht nach, genau die Frage nach Klimagerechtigkeit. Was passiert in unserer Gesellschaft? Woher kommt diese Selbstgefälligkeit, diese Apathie, diese Verleugnung der Wirklichkeit? Haben wir da historische Parallelen? Ich sehe ganz große Parallelen zur frühen Nazi-Zeit im Moment, in dem, wie wir als Gesellschaft auf die Herausforderungen, auf die Bedrohungen reagieren. Die Frage ist natürlich, was können wir machen? Aber ich würde gerne mehr über die Ursachen nachdenken, was passiert, woher kommt das, dass wir in der Bundestagsdebatte für den Bundestagswahlkampf sozusagen die wichtigsten Themen, und ich meine jetzt hier nicht nur Klimawandel, sondern das Gesamtthema der Nachhaltigkeit, da sind wir uns sicherlich einig, auch Europa verdrängen, dass wir sozusagen, ja, ich sehe es nicht nur als ein Problem der Politiker, ich sehe es nicht als ein Problem der AfD, ich sehe es nicht als ein Problem nur der Gesellschaft. Wir sind uns fast alle einig, es gibt kleine Blasen, zu denen auch viele digitale Gruppen übrigens gehören, irgendwie nicht so negativ immer über Digitalität, wir haben 350 Org hier reden, es gibt kleine Blasen von Leuten, die dieses Bewusstsein haben, sie versuchen das mit klassischen Publikationsmethoden über ihre Bücher zu verbreiten, sicherlich, aber irgendwo sind wir kleine Blasen, wenn man die gesamtgesellschaftliche Diskussion ansieht, und woran liegt das, wie passiert, woher kommt das, dass die Menschen nicht auf der Straße sind und von ihren Politikern fordern, zerstört die Zukunft unserer Kinder nicht. Die ersten beiden Fragen haben sich glaube ich vor allem auch auf die Stiftungen bezogen, und da würde ich Sie dann auch bitten, entsprechen, zu antworten. Beginnen vielleicht eben mal mit der letzten Frage in diesem Fall. Also ich denke, dass es eine, zunächst gebe ich eben völlig recht, man könnte die Frage, ob jetzt noch zwei Prozent mehr Evidenz beigebracht werden können von der Wissenschaft, und ob dieser eine oder andere Rückkopplungsprozess wirklich genau vermessen ist, das könnte man auslagern, sozusagen, in die eigene, umgekehrt, manchmal trägt sie auch zum Unterhaltungswert einer Debatte bei, wenn man über diese Dinge spricht, aber ich habe da die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, gebe im Prinzip recht. Die entscheidende Frage ist natürlich wirklich die, ob man, ob man die Komplizenschaft zwischen Politik und Wähler, zwischen Produzenten und Konsumenten, die immer bedeutet, weiter so wie bisher und niemandem wehtun und keine Unbequemigkeit schaffen, ob man die durchbrechen kann. Weil, ich habe da vor Kürzung gesagt, übrigens im Zusammenhang mit der Landesregierung Brandenburg, wer heute niemandem wehtun will, tut später allen weh. So ist das. Und wer als Letzter in den Innovationsbus einsteigt, braucht nicht erwarten, dass er den besten Platz bekommt. Das sind simple Einsichten, aber es gibt da eine Komplizenschaft der Bequemlichkeit, sodass man sagt, nichts zumuten. Dem Wähler darf nichts zugemutet werden. Selbst wenn es für das Wohl der eigenen Kinder ist. Und ich glaube, das ist falsch. Die Politik sitzt da in der falschen Ecke und der Wähler sitzt in der falschen Ecke. Und wenn mich relativ ermutigt, was ich mit Macron erlebt habe, den ich zufällig schon kannte und auch die Leute, die um ihn herum sind, sehr gescheiter Mensch, der sicherlich auch sich verrennen wird und da wird Gegenwind kommen. Aber vor zwei Jahren hätte man gedacht, dass nichts die französische Gesellschaft nochmal zum Leben erwecken kann. die war einfach mausetot, sozusagen. Die Diskurse waren nur noch selbstbezogen, vollkommen regressiv und so. Und da kommt jemand und mutet den Leuten etwas zu. Und sie lieben es, dass sie eine Zumutung bekommen. Und ich glaube, diesen Funken könnte man auch in Deutschland wieder erwecken, wenn es, und so ist es nun leider, öffentliche Diskurse werden ja davon Persönlichkeiten gestaltet. Sie brauchen dafür auch eine Persönlichkeit, die das Feuer wieder entfachen kann. Hören Sie auf. Hören Sie auf. So. Und das bringt mich auch zu dem, zu Ihrer Frage, klar, nicht jeder hat den Luxus, dass er sich auf Diskurse einlassen kann über den Treibhauseffekt und wie auch immer. Umgekehrt, wenn ich eine junge Familie bin oder Teil einer jungen Familie, ist mir natürlich nicht völlig egal, in welche Welt ich meine Kinder entlassen werde. Man legt sich krumm, um ihnen eine gute Ausbildung zu verschaffen. Mir ist die auch nicht in die Wiege gelegt worden. Das war eine schwierige Zeit nach dem Krieg. Aber es ist verrückt, junge Menschen auszustatten, bis zum 20. Lebensjahr mit allen Möglichkeiten und sie dann in eine Welt zu entlassen, wo sie nicht glücklich werden können. insofern muss eigentlich jeder sich diese Zeit auch nehmen dafür. Also was für mich das Beeindruckendste war, wenn ich in der Welt unterwegs bin und man sagt, die Inder denken völlig anders als die Argentinier und so, aber es gibt gewisse Konstanten, menschliche Konstanten. und ich stelle dann oft, ihr habt das ja auch in meinem Buch beschrieben, diese drei Fragen. Und ich kann ja mit Ihnen das Experiment jetzt gleich durchführen. Wer von Ihnen glaubt, dass es Ihnen besser geht als Ihren Großeltern? Hand heben. Wer von Ihnen glaubt, dass es Ihren Enkeln besser gehen wird als Ihnen heute? Jetzt drehen Sie sich mal um. Und die dritte Frage ist, finden Sie das in Ordnung? Aber das bringt es auf den Punkt wirklich. Wir alle leben in diesem eingestandenen, sozusagen in dieser Komplizenschaft, dass Sie eigentlich wissen, wir sind die goldenen Generationen. Wir stehen auf dem Gipfel der Industriegeschichte. Hinter uns liegt die Zeit des Darbens und des Elends und vor uns auch. Und wir können trotzdem ruhig schlafen, das geht doch nicht. Ja, also ich fand, die letzte Frage ist ja die, die uns genau umtreibt. Also deswegen unter anderem auch heute hier diese Veranstaltung, Blick auf den Koalitionsvertrag, in dem wir im Grunde genommen, also der neuen Bundesregierung, in dem man im Grunde genommen nichts findet zu diesen wirklich zentralen Fragen der weiteren Existenz dieser Welt und so weiter. Und dann zu sagen, warum ist das so schwerfällig, warum passiert da nicht mehr? Eigentlich das Wissen ist ja da. Es wird immer wieder erneuert durch neue Prognosen und so weiter. Das ist alles klar, aber das Wissen ist doch da und warum passiert so wenig? Also das ist das genau, was uns hier umtreibt und ich glaube, da werden wir uns noch sehr viel Gedanken machen müssen. Das geht dann bis in Bildungsarbeit natürlich rein. Da geht es darum, Netzwerke zu schaffen, gemeinsam zu arbeiten, Erfahrungen zu bringen. Da will ich jetzt gleich auch was zur Bildungsarbeit sagen. Ich glaube, dass wir in der Bildungsarbeit sowieso noch ganz andere Dinge auch zu besprechen haben. Also die Frage Umgang mit dieser Fülle an Informationen, die es heute gibt, geht es nicht eigentlich eher darum, wie wird der Umgang organisiert, gelernt, erlernt und so weiter, mit Informationen und so weiter. Wie arbeitet man die auf? Und ja, an gesellschaftlichen Problemen entlang, das wäre sehr schön. Das wäre für mich auch so eine Vision, die man hätte. Aber ich glaube, wir sind zu stark in diesen Strukturen, in diesen festgefügten Bahnen drin, dass es sehr schwer wird, das zu verlassen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann da hinkommen, gerade weil sich tatsächlich sozusagen mit Digitalisierung, mit den Medien und so weiter vieles verändert, was auch neue Anforderungen eigentlich stellt tatsächlich und zwar von klein auf. Die fangen doch heute mit zwei, drei Jahren sitzen die mit dem Tablet schon irgendwo in der Gegend und fingern damit rum. Die wachsen halt einfach mal anders auf. Aber was ich sagen will, weil diese Frage kam tatsächlich und das ist auch etwas, was wir auch unter anderem gestern in dem Gesprächskreis diskutiert haben, also die Frage, wie kommt man eigentlich an Menschen ran, um für dieses Thema aufzuschließen. Das können wir alles ideologisch, theoretisch, wir können viel schreiben dazu. Und wir haben gestern darüber nachgedacht, dass wir viel stärker das machen müssen, was eigentlich schon konkrete Praktiken sind. Sie haben es kurz mit erwähnt, Umgang mit Holz zum Beispiel und so weiter. Das heißt, das was eigentlich der konkrete Umgang ist, Veränderungen, die heute ja schon alternativ da sind, im Wirtschaften, im Leben, alternatives Leben zum Beispiel, dass wir eher dort ansetzen wollen, um dann einen Zugang zu schaffen, tatsächlich sozusagen auch für weiteres denken. Das haben wir unter anderem mit Essen, Sie haben die Konferenz vorhin erwähnt, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben, da hatten wir ganz gezielt auch mittelständische kleine Unternehmen eingeladen, die eben genau in diesen kleinen Nischen arbeiten, zu ökologischen Themen, zu ökologischer Energieversorgung und so weiter, und haben versucht, tatsächlich, ich sage mal, Fragen der imperialen Lebensweise von Uli Brandt zum Beispiel zu verbinden mit dem ganz konkreten Leben vor Ort, in der Familie, im Dorf und so weiter. Und ich glaube, dass das durchaus eine Möglichkeit sein kann, Zugang sein kann, dann sich auch anderen Fragen zu stellen, den größeren Fragen dann auch zu stellen. Und was das internationale Feedback anbetrifft, ist es ja für uns tatsächlich so, dass wir über Partnerarbeit zum Beispiel, also erstens an diese Information ran, was passiert eigentlich in der Welt, also ich bin unter anderem in Tansania gewesen, da soll ein großer Staudamm gebaut werden und wir haben dort mit Fischern gesprochen, mit Reisarbeitern gesprochen und wir haben dort eine Partnerorganisation, die tatsächlich in diesem Bereich aufgleitet, der geht eben hin zu den Reisbauern, der geht eben hin zu den Fischern und sagt, pass mal auf, wenn dieser Staudamm kommt, heißt es, also mit Fischen ist erledigt, also im Staudamm werdet ihr nicht fischen können, Reisanbau zweimal im Jahr ist nicht, das heißt, die Lebensgrundlage wird euch entzogen, das heißt, da ist inzwischen so eine Bewegung entstanden, die haben eine große Petition gemacht, das wird schon wahrgenommen und das ist aber das, wo ich sage, wir gucken über diesen nationalen Tellerrand hinaus, das heißt, wir sehen an diesen Stellen sehr konkret, was es eigentlich heißt, wenn sich Klima verändert, wenn eingegriffen wird in die Natur und können das hierher ein Stück weit transportieren, weil da ging es unter anderem auch um die Frage, inwieweit dieses Projekt gefördert wird von der Weltbank beziehungsweise von deutschen Banken. Also das genau hierher zu transportieren ist eine Aufgabe, der wir uns auch stellen und ich glaube, dass solche praktischen Beispiele auch dazu führen, dass man eben wirklich ein bisschen weiter guckt, als nur über Berlin, Bernau, Potsdam, wie auch immer, sondern wirklich auch diesen Blick ein Stückchen weiter, wir haben nur diese eine Erde und diese eine Erde ist irgendwie, die rückt immer dichter ran, die wird immer näher und ich glaube, das deutlich zu machen, darin sehe ich auch eine Aufgabe unserer Stiftung. Ja, danke Dagmar, von mir vielleicht noch so ein, zwei Beobachtungen und dann auch gerne hier der Abschied von einem schönen Gespräch heute Morgen. Also was ich für Deutschland beobachte, ist, es war sozusagen ein Land, das wirklich Pioniere, bitte? Ich meine, Deutschland hält für sich ja so zugute, mit so etwas wie eine Erfindung der Ökologiebewegung gewesen zu sein, es war sie ja auch, es ist unglaublich viel an Bewusstseinsveränderungen, an Protest, auch im ökologischen Kontext in diesem Land passiert und was ich beobachte, ist, dass vor allem auch die 80er, 90er Jahre, dann auch noch die Nuller Jahre, Jahre waren, wo aus meiner Sicht die Ökologiebewegung sich entpolitisiert hat und ganz, ganz viel Hoffnung darin bestand, dass man es auch mit technischem Umweltschutz und mit diesem und jenem schon irgendwie schaffen wird, und man bekam ja auch recht, die Luft wurde besser, saure Regen wurde bekämpft und ich finde, dass die Deutschen sich unglaublich viel in die Tasche lügen, wenn sie immer noch glauben, sie hätten sein Weltmeister im ökologischen Bewusstsein. Wir sind Weltmeister bei der Braunkohleverbrennung, wir sind Weltmeister oder zweitwichtigster Konsument von diesen billigen Wegwerfklamotten, ja, das muss man sich mal klar machen, ein anderes Land ist noch die Schweiz, aber Deutschland ist das Land, wo Leute einfach mit Billigklamotten eine Wegwerfmentalität organisieren, die dramatisch ist. Dann haben wir Ernährungsbewusste, das war erst letzte Woche am Sonntag bei der großen Veganer- und Vegetarierkonferenz, da kommen 1200 Leute und denken, dass ihr Ernährungsstil, der ja geändert ist, einer ist, der sie schon mal auf die Seite der Guten schlägt, weil sie essen ja kein Fleisch mehr, aber sie kommen mit dem Flugzeug oder kaufen mit dem SUV im Ökoladen ein, ja, und diese ganzen Widersprüchlichkeiten und Selbstbelügungen, ja, für die brauchen wir das, nämlich Personen, die sich da hinstellen und sagen, so geht's nicht und zugespitztere Debatten und sehr gut, ich bin auch eine, die gern Ross und Reiter nennt und was eben genau durch diese Entpolitisierung passiert ist, dass dieses Ross und Reiter nicht mehr richtig benannt wird, wer sind denn die Akteure, die uns diesen ganzen planetarischen Kampf und Krieg und diese Zerstörung eingebrockt werden, wenn wir über Gerechtigkeit reden, müssen wir weiter darüber reden, dass es 20% der globalen Mittelklassen sind und der Eliten, ja, die für 80% der Emissionen und für 80% der Ressourcenzerstörung zuständig ist und diese Zahl, das muss man sich mal vorstellen, die benutze ich seit 30 Jahren, nur, dass die globale Mittelklasse größer geworden ist, ja, aber es stimmt nach wie vor und das finde ich schon auch dramatisch, dass es auch einer politischen Bewegung, einer ökologischen Bewegung eigentlich nicht gelingt, diese Politisierung von Lebensstil und von Ökologie wieder hinzukriegen und ich finde, wir brauchen eine Repolitisierung der Ökologiefrage auch als natürlich Gerechtigkeitsfrage, weil die kann man für mich auch nicht trennen und da hat, haben natürlich die Partei, die Grünen auch irre Fehler gemacht, weil eben auch die ökologische Frage und die soziale nicht von Anfang an konsequent miteinander diskutiert wurde. Ja, ich, achso, ja, gerne. Nee, ich, wir schulden noch eine Antwort der Dame, die das mit dem Unterricht, vom Disziplinieren zum Problemorientierten, also, ich kenne die Debatte auch seit den 1970er Jahren, wir haben als Studenten schon gefordert, da vom Problemorientierten Studium überzugehen, Projektstudium, all die Dinge, ja, das wurde dann alles irgendwann von den etablierten Strukturen dann verarbeitet und entsorgt, aber es gibt eine interessante Entwicklung, die auch eine gewisse Hoffnung gibt in dem Zusammenhang. Ich meine, ich habe, wie gesagt, studiert Mathematik, Physik und musste mich dann in der Tat in einem Wettbewerb mit wirklich sehr klugen Menschen disziplinär behaupten, aber was wir am Potsdam-Institut jetzt tun, das hat inzwischen 300 Mitarbeiter und 100 Gäste, das ist eine ziemlich große Einrichtung, dort habe ich von Anfang an bei der Gründung auf einen radikal-interdisziplinären Ansatz gesetzt, und damit wurde man am Anfang belächelt, da bekam man keine Gelder bei der DFG und was auch immer, vorher ist jeder meiner Anträge durchgegangen in der theoretischen Physik, nämlich auf ein kleines Kästchen sozusagen konzentriert habe und auf einmal gab es keine Forschungsgelder mehr, aber das hat sich verändert inzwischen, inzwischen ist es so, dass wir mit unseren Publikationen arbeiten, Projekten, die alle interdisziplinär sind, unglaublich erfolgreich sind, wir publizieren in den besten Journals, die alle interdisziplinär sind inzwischen, Nature, Science, PNS und wie auch immer und es ist inzwischen der Selbstverständigkeit, dass ich Forschungsarbeit nach Problemen organisiere und nicht nach Disziplinen und insofern ist die Hoffnung, dass von der Spitze her in diesem Fall der Forschung das hineindringt, langsam auch in die Schulen, das ist ein langsamer Prozess, viel zu langsam, verstehe ich das, aber inzwischen ist sozusagen der Kampf um die Exzellenz zugunsten der Interdisziplinarität entschieden und das ist eine mächtige Veränderung, leider dauert es dann immer Das ist richtig, ja die Exzellenz maurt sich in ihren eigenen Strukturen ein, das ist schon klar, aber unsere Form der Exzellenz glaube ich ist sozusagen anschlussfähig bis hin in die kleinste Zwergschule und in den Kindergarten, insofern glaube ich, dass wir noch eine Bemerkung zu dem, was Sie gesagt haben, war unmüßig, also mit der Repolitisierung und so weiter, also es ist schon richtig, ich glaube, dass man eben einfach, also ich nenne das subversive Innovationen, wenn Sie direkt eine, die von mir genannte Komplizenschaft zwischen Wählern und Regierenden, die halt einfach bequem ist und die Augen verschließt vor dem, was auf uns zurast, wenn Sie die durchbrechen wollen, dann meistens nie mit einem Vorontalangriff, so Hans Jürgen, Hans Fell, wie heißt er, Hans Jürgen? Hans Jürgen, genau, ich kenne ihn eigentlich gut, aber seinen Vornamen kann ich mir einfach nicht merken, Herr Fell, und ich meine, die Einspeisevergütung, das war eine subversive Innovation, die davon an Renn dann her jetzt die großen Energieriesen in die Knie gezwungen hat, diese Idee des Klimapasses möglicherweise, wird die Völkerrechtler dann ganz schön beschäftigen, oder dass man ihm sagt, warum nicht pro Kind eine Stimme mehr bei den Wahlen, Holz statt Stabeton und wie auch immer, wir müssen sehr kreativ Narrative generieren, die manche hoffnungslos erscheinen, aber manche werden dann einsinken in den öffentlichen Diskurs, wir dürfen nur nicht aufhören, diese Narrative immer und immer wieder zu generieren, insofern ist die wichtigste Tugend von uns, obwohl die Zeit drängt, Geduld, Geduld, ja. Ja, dann habe ich ganz herzlichen Dank, Herr Schellenhuber, dann habe ich die wunderbare Aufgabe, Ihnen für Ihre Geduld zu danken, ich finde es wirklich auch toll und erstaunlich, dass wir es schaffen, an einem sonnigen Samstagmorgen drei Stunden lang heftige Probleme zu wälzen und auch mit vielen neuen, hoffentlich auch kreativen und anregenden Ideen wieder nach Hause gehen, für mich persönlich hat mich noch mal der Klimapass jetzt angefixt, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, ob das so ein Instrument wäre, das nehme ich mit, ich hoffe, dass Ihnen die Debatte und der Austausch hier heute Morgen mit Herrn Schellenhuber, mit Dagmar und mir ein bisschen was gebracht hat, ich kann auch nur sagen, wir machen weiter, wir sind nicht deprimiert, weil es gibt jeden Tag auch ein paar gute Geschichten des Gelingens zu erzählen und dafür sind wir auch da und gelingend ist, wenn wir beide auch hier als Stiftungen miteinander kooperieren, das machen wir schon ganz schön oft, du hast für das neue Deutschland geworben am Anfang, ich möchte für eine Veranstaltung werben in der Urania mit, zu einem Film, der passt ganz gut zum Thema und auch zu deinem Lieblingsthema, nämlich wie gehen wir mit dem System, nämlich nicht nur mit dem Klimasystem um, das ist ein Film, der heißt System Error, also Systemirrtum, ist von einem Dokumentarfilmer, der auch schon ganz oft den Grimmepreis bekommen hat und der genau das macht, was auch einige angesprochen haben, wo gibt es noch Räume für Utopien, für Alternativen, in diesem Film werden auch Alternativen aufgezeigt und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes langes Wochenende und alles Gute und eine gute Heimfahrt und wir werden noch essen und trinken. Genau, also danke Barbara an dich, ganz herzlichen Dank natürlich an Sie, aber vor allen Dingen auch an Professor Schellenhuber dafür, dass er uns hier Rede und Antwort gestanden hat und ich glaube sein Vortrag war wirklich, also da kann man viel mitnehmen, ich möchte darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung mitgeschnitten haben, das heißt, Sie können demnächst, ich hoffe bald, ich gucke mal Steffen an, können Sie auf der Website nochmal nachvollziehen, wenn Sie in Ruhe nochmal alles nachhören wollen, nachsehen wollen, was wir ja heute besprochen haben und ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken mit etwas Besonderem, nämlich dem Herbarium von Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg hat ja unter anderem längere Zeit im Gefängnis gesessen, sie war ja unter anderem auch Botanikerin und sie hat dort alles, was sie an Pflanzen bekommen konnte, hat sie eingesammelt, hat es gepresst, hat es bestimmt und hat es in ein Buch, oder wir haben es jetzt in ein Buch gebracht, das würde ich Ihnen gerne als Erinnerung für den heutigen Tag mitgeben, natürlich nicht ohne Sie zu bitten, wenn es wieder mal Ihre Zeit erlaubt und wenn wir ein passendes Thema haben, würde ich Sie sehr gerne auch wieder sozusagen zur Rosa Luxemburg Stiftung, zur Böll Stiftung, zu einer gemeinsamen Veranstaltung einladen, also ganz herzlichen Dank an Sie auch zum Bundesparteitag der Linken selbstverständlich Applaus Danke Vielen Dank Applaus Vielen Dank.